Kapitel 1 von Aladin die Wunderlampe Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei an den öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org Aufgenommen von Elli. Aladin die Wunderlampe von Ludwig Fulda Kapitel 1 Kommt Kinder, faßt mich bei der Hand, ich führe ich in das Morgenland und in sein Märchenparadies auf einem wohlbekannten Pfade. Vor langen, langen Jahren wies in die berühmte Scherassade, dem argen Sultan Scherabahn, sodass der gräuliche Terran, weil ihre Kunst in bunten Bildern immer eine Zauberwelt zu schildern und widerstehlich ihm berauschte, vergessen Speis und Trank und Ruh, er volle tausend Nächte lauschte und eine weitere Nacht dazu. Von jenen köstlichen Geschichten, mit denen sie sein Orbit hört, will ich euch einen nun berichten. Seid also, Mucksmäuschen, still und hört. In einer Hauptstadt fern im Osten, sofern das nur mit viel Gefahr und ungeheuren Reisekosten, man ihr zu nah an ihm stande war, jedoch so reich an Herrlichkeiten, dass niemand ihresgleichen sah, dort lebte vor geraumen Zeiten ein Bürger namens Musterfahr mit seiner Frau und seinem Sohn. Sein Bruder war bei sich als Schneider, sein Handwerk aber trug ihm leider, trotz allem fleißen und mageren Lohn, und knapp war drum bemessen, das Mittag wie das Abendessen. Den Sohn, man hieß ihn Aladin, konnte nur mangelhafter ziehen. So war das dem ein rechter Fliegel, der gut tat nur so lange schlief, der schon frühmorgens in der Regel barfüßig auf die Gasse lief. Sich dort herumtrieb nach Belieben, mit anderen kleinen Tagedieben, und, bis ihm durch ein Herr von Sternen, den heimig zeigen ließ die Nacht, auf jeden Unfug war er bedacht, sich aber sträubte, was zu lernen. Der Vater hiebte an sich lahm, sah schließlich ein, mit solchem Rangen, sei nichts Gescheites anzufangen, und wurde krank und starb vor Kram. Der Burschen, fünfzehn Jahre alt, groß, schlang fast männlich von Gestalt, statt auf die Hosen sich zu setzen, für seiner Mutter Unterhalt, fuhr fort auf öffentlichen Plätzen, herumzulungen ohne Ziel und seine Tage zu vergeuden, in rohen Müßiggängerfreuden, in plumpen Spaß und wildem Spiel. Einst, als er in gewohnter Art sich raufte mit der Gassenjugend, merkte, dass eifrig nach ihm lugend, ein fremder Mann mit schwarzem Bart und afrikanischen Gewändern, im Schein beim Vorüberschlendern, sich näherte, der Fremde blieb, nicht vor ihm stehen und sprach, »Vergib, mein junger Freund, und lass mich wissen, wer ist dein Vater?« Aladin versetzte, schon längst hat ihn, bis Todesraue Hand entrissen. Im Leben hieß er Mustafa, die hellen Tränen rollten da, dem Fremdling über beide Wangen. »O Glück, dass ich, mein Sohn, dich treffe«, sprach er mit zeitlichem Empfangen, »du bist ja mein geliebter Neffe, dein Vater war mein Bruderherz. Ich habe ihn ununterbrochen, schon auf der Reise hundert Wochen, um ihn zu sehen, drum hat der Schmerz mich bei der Nachricht übermannt, von seinem traurigen Geschicke. Habe ich doch gleich beim ersten Blicke dich an der Ähnlichkeit erkannt.« Drauf ließ er ihm die Mutter grüßen und zog ein Beutelchen heraus und gab ihm Geld. Auf raschen Füßen lief Aladin vergnügt nach Haus, um seiner Mutter klipp und klar den ganzen Handel zu erzielen. Die Mutter konnte ihm nicht verhehlen, wie sehr sie darauf verwundert war, mit rechten Dingen kaum geschah es, und war der Ohrheim hergekommen, da sie doch nie zuvor vernommen von einem Brudermuster fasst. Doch weil das Geld gar lustig klang, zerbrach sie sich den Kopf nicht lang, und abends wollten beide grad von ihrem karren Mahle naschen, als jener Mann mit vollen Flaschen und Früchten in die Stube trat, um selber sich zum Gast zu laden. Von Rührung überwältigt Schirr blickte er sich um, als wollte er hier von neuem sich in Tränen baden, und sagte, »Teure Schwägerin, wohl vierzig Jahre flossen hin, seit ich dies Hemmandland verlassen, um ihn der fremde Fuß zu fassen, und dem erträumten Glück hernach, den halben Erdkreis zu durchstreifen. Es lässt sich also gut begreifen, dass nie mein Bruder von mir sprach. Nun aber endlich heimgekehrt und trostlos, weil an seinem Herd ich ihn lebendig nicht mehr finde, den sehnsuchtsvoll ich suchte, nun will ich wenigstens seinem Kinde, was ich vermag, zuliebe tun.« Zu aller Dinge wandt hierbei, begann der Freundlichen zu fragen, in welchem Handwerk er beschlagen und welcher Zunft beflissen sei. Der Bursche schwieg verlegen still, die Mutter sprach betrübt, »Kein Handwerk hat er je geübt, weil er durchaus keines lernen will. Da hilft kein Warnen und kein Schelten. Ich glaube wahrlich, nur noch selten, dass es einen solchen Faulpelz gab. Er bringt mich an den Bettelstab, und nächstens weise ich ihm die Türe. Sein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er davon erführe.« Der Fremdling mannte drauf den Jungen, im milden, väterlichen Ton, »Das ist nicht wohlgetan, mein Sohn. Doch treibt man etwas nur gezwungen, dann wird es leicht vor Geld. Berufe gibt es viel auf Erden, du musst nicht gerade ein Schneider werden. Und wenn kein Handwerk dir gefällt, so will ich gerne mich verpflichten, im feinsten städtischen Basare, dir ein Laden einzurichten. Mit Linnenzeug mit Seidenware, kostbaren Teppichen und Stoffen, so dass Gewinn und neuer Kauf dir Wohlstand bringt, gestehe mir offen. »Wenn nimmst du diesen Vorschlag auf?« Der Schlingel, ohne lang zu schwanken, erklärte schmutzend sich bereit. Die Mutter schwamm in Seligkeit, hieß ihn tausendmal bedanken und zweifelte nicht länger dran. Der unbekannte Biedermann, der gleich ein ganzes Warenlager, dem Sohn zu schenken, sicher bot, sei niemand anderes als ihr Schwager. Am nächsten Tag ums Morgen rot, erschien der neue Ohrheim wieder, nahm seinen lieben Neffen mit, ging mit ihm zur Seite, Schritt für Schritt, in den Basaren auf und nieder, hielt an vor einem Kleiderstand und bat ihm aus dem dichten Schwalle, sich auszusuchen ein Gewand, das ihm besonders gut gefalle. Freigebig kaufte ihm dazu, durch Turbongürtel, Strümpf und Schuh, bis von dem Scheitel zu den Zehen, einem Prinzen glich. »Du sollst nun alle Tage mich begleiten beim Spazieren gehen«, sprach sein Beschützer großmutvoll, »denn freien Blick und Welterfahrung braucht, wer ein Kaufmann werden soll. Dem Geist wird mühelos die Nahrung, geboten, die er bedarf, wenn klar das Auge sieht und scharf. Einsorgen wirst auf unseren Gängen, die Bildung du wie Luft und Licht, und läufst bei solchem Unterricht, niemals Gefahr, dich anzustrengen. Gesagt, getan, sie gingen beide von jetzt ab täglich durch die Stadt, und Aladin in neuem Kleide, stolz für ihn Pfau, ward nimmer satt, sich wiesbegierig anzusehen, was ihm sein guter Ohrheim zeigte. Sie wanderten durch weitverzweigte Gewölbe, Hallen und Moscheen, betrachteten dem schönsten Laden, der Straßen emsiges Gewühl, die Brunnen daraus erquick, kühl, das Wasser schoss in Silberfäden, von hohen Palmen überschattet, und drangen durch ein Gittertor, wo freier Zutritt war gestattet, zum Prachtpalast des Sultans vor. Auch pilgerten sie manchen Tag, die Glieder doppeltrüstig regend, hinaus in die begrünte Gegend, bis fern die Stadt im Rücken lag, und zu den Gärten sie gelangten, drin im üppigen Gerank die wundersamsten Blumen prangten, um Spill von Teichen spiegelblank. Ende von Kapitel 1 Gelesen von Elli September 2011 Nachdem auf solchen Wanderungen manch reizend Flecken sich dem Jungen erschlossen, führte sein Begleiter auf nie zuvor betretenen Pfad in eines Morgens weit und weiter, aufwärts und abwärts, krumm und grad. Bald war kein Menschlich Wesen rings, und auch kein Haus mehr zu entdecken, Doch unaufhaltsam weiter ging's, schon türmte hinter Ölenstrecken sich das Gebirge steile Mauer, das Tal von Felsen eingezwängt, war der Allgemeuch zur Schlucht verengt, und endlich, von des Marsches Dauer, erschöpft, hätte alle, die ihn sich gerne, zur Rücke wieder umgewandt. Sein Ohrheim aber sprach, halt stand, ist unser Ziel doch nicht mehr ferne, noch ein paar Schritte durch das Tal, was ich so dann dir zeigen werde, dass wirst auf der gesamten Erde du nicht erspäen zum zweiten Mal. So setzten ihren Weg sie fort und kamen bis zu einem Ort, denn riesenhafte Felsenwelle allseitig scheinen zu verrammeln. Der Ohrheim rief, wir sind zur Stelle, er hieß in trockenes Reisig sammeln, schlug Feuer, das bald lustig sprühte, warf Räucherwerk aus einer Tüte, hinein und murmelte dann leise, sobald sich Qualm und Schwefelduft verbreiten in dichten Kreise seltsame Formeln in die Luft. Da gab's ein Krachen und ein Beben, erstürzten Erd und Himmel ein, zu Tage trat ein Quaterstein und in der Mitte dran zum Heben ein Ring aus Eisen. Aladin, von Angst geschüttelnd, wollte fliehen. Der Ohrheimer war hipsogleich bei einem solchen Backenstreich, dass ihm der Kopf geriet ins Wackeln und sprach, »Mein Sohn, ich bin der jetzt, als zweiter Vater vorgesetzt.« »Kein Streuben duldig und kein Fackeln.« »Gehorch mir, und du wirst erproben, wie sehr sich's freund an diesem Platz legt ein für dich bestimmter Schatz, der, wenn du glücklich hingehoben, dich reicher macht als alle Reichen der ganzen Welt. Den Quaterstein darf niemand außer dir allein berühren, dir nur wird er weichen.« Und richtig, als nach bangem Säumen der Bursch am Eisenringe zog, konnte er den Stein beiseite räumen, obwohl er hundert Zentner wog, und er gewartet runterstufen, nebst deiner Tür. »In dieser Schacht zu steigen, bist nur du berufen«, begann der Ohrheim, »Drum gib acht auf alles, was ich nun dafür zu deinem Schutze dir anempfehle. Geöffnet findest du die Tür, sie führt in drei gewölbte Seele, in jedem stehen vier große Becken, voll Gold und Silber, doch lass ab, die Hand nach innen auszustrecken. Schütze auch den Kleidunggürt es knapp, denn streift es irgendwo die Wände, so musst du deinen Tod erwarten. An jenes dritten Saales Ende wird auftun sich dir ein Garten, bepflanzt mit Bäumen Mannigfalt, wenn jeder voll mit Frucht behangen. Geh nur grad aus, dann wirst du bald zu einer Treppe hingelangen. Ersteige sie getrost, sie mündet, auf eine stattliche Terrasse, in einer Nische angezündet, steht eine Lampe dort, die Fasse. Verlösch sie, gieß die Flüssigkeit, mitsamt dem Tocht heraus, verhülle sie sorgsam unter deinem Kleid und bring sie mir. Wenn dich die Fülle des Gartens etwa lockt zu pflück, auf deinem Weg hierher zurück, dir von Früchten nach belieben, und nun, zu deinem eigenen Glück, befolgt, was ich dir vorgeschrieben. Er steckte noch für jeden Fall in einem Ring an seinen Finger, der war, der sich als Hilfebringer bewährend stillzut überall. So stieg dann Aladin hinunter, die Seele fand er laut Bericht, berührte deren Wände nicht, kam in den Garten älterbunter, hinan die Treppen zur Terrasse, sanischend Lampe dort, für für, streng nach Geheiß, damit er nur, vom Auftrag keinen Punkt verpasse. Er kehrte nun er unterm Kleide, die Lampe sich erhielt verwahrt, zum Garten um, wo Augenweide, den Früchten von verschiedener Art, trug leuchtend jeder Baum zur Schau, teils hell, teils dunkel, weiß und blau, rot, gelblich, violett und grün, und allesamt in bunten Scheine, durchsichtig, wie von innerem Glühen, es waren lauter Edelsteine. Da flammten, funkelten und brannten, türkise, perlendiamanten, smaragd, Trubin, Sophia und Topaz, von gänzlich beispiellosen Werte, doch Aladin, der Unbelehrte, hielt sie nur für gefärbtes Glas. Er hätte lieber von den Zweigen, sich süße Trauben oder Feigen, gepflückt, als Spielsag aber war, der bunte Tant, ganz annehmbar. Drum nahm er sich von jeder Sorte, so viel er in die Taschen zwang, schritt die drei Sehle sacht entlang, und kam zurück zur Eingangspforte. Denn Ohrheim, der mit allen Zeichen der ungedulde Wache stand, bat er, zu Hilfe seiner Hand, beim Ausstieg aus dem Schacht zu reichen. Der aber rief im groben, wie fehlerton, die Lampe her, du sollst sie haben nach Begehr, sprach Aladin, sobald ich oben. Der Ohrheim schrie mit städter Steigerung, die Lampe, doch voll Eigensinn, blieb Aladin bei seiner Weigerung. Wart bitte, bis ich oben bin. Des Ohrheims wurde dort ungeheuer, schnell goss er Räucherwerk ins Feuer, in dem er eine Formel schnaupte, der Quader klappte drauf im Nu, dem Aladin gerade überm Haufte, wie eines Kastens Deckel zu. Wer wird aus diesem Ohrheim klug? Ein Bruder Mustafas? Behüte. Verwandtschaft, Rührung, Herzensgüte, was Samt und Sonder slug und trug, ein Zauberer war's, nicht hier geboren, nein, fern in Afrika daheim, und hatte diesen Vogelleim aus gutem Grund sich auserkoren, nachdem er nämlich festgestellt, durch Zauberei, das in der Welt es eine Wunderlampe gäbe, die zu der höchsten Macht erhebe, ja, geisterfähig sei zu binden, hatte er in einem Zauberbuch nach manch vergeblichem Versuch den Ort entdeckt, wo sie zu finden, und so von Habke angefacht, flugs auf die Reise sich gemacht. Doch weil ihm ein Gesetz verwehrte, selbst in das Schatzgewölb zu dringen, deswegen war vor allen Dingen ein Werkzeug auf der Fährte, das ihm dazu geeignet schien, sein Auge fiel auf Aladin, als er einen unerfahrenen Knaben, für die ihm die Lampe, die er geschafft, dann durch der Zauber voll mit Kraft, wollte er lebendig ihn begraben, damit er nichts davon verriete. Und nun, gescheitert war der Plan, die jahrelange Mühe vertan, statt des Gewinnes er die Niete. Vorzeitig hatte er ja sein Zorn auf immer da den Wunderboren mitsamt der Lampe zugeriegelt, und alle seine Kunst und List hätten ihn kein zweites Mal entzielt. So, mit sich selbst in A und Zwist, von Grimm gefoltert und von Scham, vermied er es länger zu verweilen, und reiste weiter tausend Meilen, dahin zurück, woher er kam. Ende von Kapitel 2 Gelesen von Elli Oktober 2011 Kapitel 3 von Aladin die Wunderlampe von Ludwig Fulda Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wer schildert Aladins Entsetzen, als sich hilflos wie ein Fink in eines Vogelfängers netzen, verstrickt sah durch des Zauberers Wink, Vergebens, dass er laut und schrille nach dem vermeinten Ohem rief, mit Bleigewicht bedeckte Tief in Dunkelheit und Grabe Stille. Vergebens, dass er in Furcht und Schauer zurück durch die drei Seele trieb, der Zugang zu dem Garten blieb, verschlossen wie durch eine Mauer, und nicht im Stand, sich zu befreien aus diesem schrecklichen Gefängnis, fing in verzweifelter Bedrängnis er an zu weinen und zu schreien, bis endlich vor ein Kräft und Krank auf dem Boden niedersank. So nicht im Stand mehr, sich zu regen, lag er begaren Speis und Trank und blickte seinem Tod entgegen, zwei Tage lang, zuletzt am dritten, als er die schwachen Hände hob, um Gottes Beistand zu erbitten, da ganz und ungefähr verschob an seinem Finger sich der Ring, der vom Zauberer angesteckt war und dessen Kraft ihm noch verdeckt war. Bevor ein Augenblick verging, erhob auf einmal, fürchterlich, von Wuchs und Anglitzung Gebärde, ein Geist sich vollem aus der Erde, und sagte, »Was begehrst du? Sprich, den Sklav bin ich und aller derer, die diesen Ring am Finger tragen.« Zwar viel verschreckt und schäumt sagen, dem Alladin das Sprechen schwerer, als je zuvor, doch nur bedacht, auf Rettung gab er schnell dem Geist, zur Antwort, »Wer du immer seist, hilf mir, so fern's in deiner Macht aus diesem schauerlichen Orte.« Gesprochen waren kaum die Worte, da fand er sich bei Tageshelle, nachdem er in Ruck verspürt, im Freien wieder an der Stelle, wohin der Zauberer ihn geführt. Doch zeigte sich kein Quader mehr und keine Tür zum Gruffgemäuer, nur vor mir losch ein Reisigfeuer, ein Häuflein Asche lag umher. Zwar froh, jedoch zum Sterben matt und halb verhungert suchte gierig, er nach dem Hemmweg in die Stadt. Zum Glück war das nicht allzu schwierig. Die Felsen halfen eng und dicht, ihm auf den schmalen Pfad gelangen, den vor drei Tagen er begangen. Die Gärten kamen bald in Sicht und weit schon grüßten ihn voraus die wohlbekannten Türme und Dächer. Er schleppte, schwacher und immer schwächer, sich bis zu seiner Mutterhaus und schlug, sobald er es betreten, ohnmächtig in der Stube hin. Die Mutter, die von Anbeginn die Zeit mit Weinen und mit Beten verbracht und ihn zuletzt beraubt, die hat wieder Hoffnung totgeglaubt, er aufs Eifrigste bestrebt, ihn wieder zu sich selbst zu bringen. Er aber sagte kaum belebt, ach Mutter, hol vor allen Dingen mir was zu essen her, denn fasten musste ich drei Tage ganz und gar. Sie gab ihm was im Hause wahr und warnt ihn, sich nicht zu überhasten, denn was man rasch hinunterwürge, das könne man nicht gut verdauen, und nur damit er verbürge, langsam und ordentlich zu kauen. Drum solle, während er bei Tisch, ihn keine Frage und Antwort quälen. Er möge eher nichts erzählen, als bis er gänzlich satt und frisch. Er folgte diesem guten Rat, in dem er so nur stumm beschäftigt, dem Leib es wohl genüge tat. Aber dann, durch das Mal gekräftigt, beschrieb im Kleinen und im Großen er nach der Reihe ganz genau, was ihm inzwischen zugestoßen. Er wies, als ihm die wackere Frau nicht wollte glauben und darauf schwor, dass er geträumt an seinem Finger den Ring und zog die bunten Dinger, die vom Baum gepflückt hervor. Auch sie, weil nirgends noch dergleichen, sie je gewahrt und stets verkehrt, mit armen Leuten, nie mit reichen, verkarrte völlig deren Wert. Sie meinte zwar, dass ihr Besitzer sich an den farbigen Glitzer erfreuen könnte, doch dies Lob erschien dem Sonne nicht beträchtlich, weshalb er sie beinahe verächtlich in irgendeine Lade schob. Die mitgebrachte Lampe kam nicht besser weg, zu keinem Zwecke schien tauglich dieser Trödelkram, bis zum zu rosten in der Ecke. Zuletzt gestanden sich die Zwei, die Schultern all dem Unheil trage, des falschen Ohr im Schurkerei, den klärlich trat es nun zu Tage, dass Aladin von diesem Bösen, geweiht vor schnödem Untergang, und nur durch Zufall ihm gelang, sich lebend aus dem Garn zu lösen. Die Mutter ließ zu Schimpf und Schmach des Zauberers manchen Fluch erscheinen, doch waren, noch die, weil sie sprach, dem Sohn die Augen zugefallen. Er hatte ja zwei volle Nächte vom Schlafgemieden zugebracht, drum herrschte der schon vor der Nacht, heute unbezwinglich seine Rechte. Halb zog, halb trug mit treuem Sorgen die Frau den Tommelnden zu Bett, da lag er reglos wie ein Brett und schnachte bis zum späten Morgen. Kaumer war er endlich wach, als auch sein Hunger wiederkehrte und nach dem Frühstück er begehrte. Doch seufzend rief die Mutter, ach, ich habe kein Bissenbrot, denn alles, was ich noch besessen, das hast du gestern aufgegessen. Wie helfen wir uns aus der Not? Ich muss es wieder nähen und spinnen, bevor ich was verdienen kann. Nein, Mutter, sorgte ich nicht, begann, der Sohn nach einigen Besinnen. Für unseren heutigen Bedarf genügt es die Lampe zu verkaufen, die gestern ich beiseite warf. Ich will mit ihr zum Händler laufen. Die wird gewiss mir einen Groschen, dafür bezahlen oder zwei. Die Mutter holte sie herbei und sprach, ihr Glanz ist längst erloschen, auch ist von Staub und Rost und Schmutze, von oben sie bis unten voll. Wenn sie der Händler kaufen soll, ist's ratsam, dass ich erst sie putze. So nahm sie Wasser, den und Sand. Kaum aber hatte sie zu scheuen, begonnen mit geübter Hand. Da stieg mit einer ungeheuren und grauenhaften Schreckgestalt, des Zimmers ganzen Raum erfüllend, ein Geist von ihr herauf, der brüllend, mit Marko schütternder Gewalt, sie anfuhr. Was ist dein Begehr? Um dir zu dienen, komm ich her. Gehorchen muss sich jeder Mann, der diese Lampe hält, den Händen. Allein bevor er Zeit gewann, um seine Rede zu vollenden, fiel, außer Stand sich zu bemeistern, die Mutter um und rang nach Luft. Doch Aladin, der in der Gruft, gelernt, wenn man mit solchen Geistern, verfährt, ergriff die Lampe schnell und säumte nicht ihm zu befehlen, ein gutes Vorstück schafft zur Stell. Der Geist verschwand, nicht drei zu zählen, form auch der Mann, da kam er wieder, mit einer großen Silberplatte und setzte sie behutsam nieder. Was Irgendmann zu wünschen hatte, das bot sich drauf in Fülle da, zwölf Silberschüsseln, drin ein feines und reiches Mahl enthalten war, zwei Flaschen voller lesenen Weines, für Brote von dem besten Mehl, kurzum, ein Frühstück ohne Fehl. Die Mutter lag in Ohnmacht noch, wie sich der Geist bereits empfohlen und konnte es langsam sich erholen, indem den würzigen Duft sie roch. Der Sohn erfasste sie beim Arm und drängte sie, den guten Speisen, geziemend Ehre zu erweisen, denn ewig bleiben sie nicht warm. Sie sprach, verblüfft in höchstem Grade, woher denn dieser Überfluss? Zeigt uns der Sultan seine Gnade? Traf Aladin, zuerst Genuss, Erklärungen dann hintendrein und unbedenklich hieb er ein. Die Mutter, vor erstaunen wir, betrachtete bei jeder Pause die Stadt von zwischen ihrem Schmause das schöne silberne Geschirr und als sie zwei gesättigt lag, noch ganz genug in jeder Schüssel für diesen und den nächsten Tag. Sie fragte wieder nach dem Schlüssel zu diesem seltsamen Erlebnis und als der Sohn ihr Wahrheitstreu geschildert hatte das Begebnis, versetzte sie voll banger Scheu. Mit Geistern ist nicht gut zu scherzen, drum folg mir, wirf die Lampe fort und nimm den Druck von meinem Herzen. Nein, rief er, einen solchen Hort soll, wer ihn einmal hat, behüten. Nun ist, was ich erst nicht begriff, mir klar, des falschen Ohemskniff, sowie der Grund von seinem Wüten. Durchaus die Lampe wollte er haben, weil sie versehen mit Wunder gaben. Und jetzt mit Recht gehört sie mir. Ich will sie bergen zwar und schützen, vor unserer Nachbarn Leid und Kier. Im Notfall aber sie benutzen, sie und den Ring an meiner Hand. Vertrauen darf ich meinem Glück, weil diese Schurken-Arge-Tücke sich so zum Guten hat gewandt. Ende von Kapitel 3 gelesen von Dezember Kapitel 4 von Aladdin Die Wunderlampe von Ludwig Fulda Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Einmal geht alles auf die Neige, hält man damit auch Spaß am Haus, und aus der Hunger dauernd schweige, bewirkt kein noch so fetter Schmaus. Die Schüsseln wurden also leer, und Aladdin dem unterm Gurte bereits der Magen wieder knurrte, nahm von den Zwölfen eine her und trug in seines Mantels Falten, sie heimlich um sie feil zu halten, zum Trödler in der nächsten Gasse. Doch als der höchst verschmitzte Kreis die Frage tat, um welchen Preis er ihm die Schüssel überlasse, gestand ihm allerdings er ehrlich, wiefür sie wert, sie wisse nicht. Der alte Gauner, der begehrlich, geprüfte stattliches Gewicht und merkte, dass der Junge fand, von seinem Schatze nichts verstand, gab ihm, damit nicht vorm Verkauf etwas noch davon erfahre, geschwind ein Goldschick für die Ware. Mit diesem flog im muntren Lauf des Vorteils froh, der immer wuchs, der Bursch zum Bäcker und zum Schlechter, dieweil ihm jener schlaue Fuchs nachsah mit leisem Hungelächter. In solcher Art allmählich ließ elf Schüsseln eine nach der anderen, wenn ihm die Not von neuem stieß, nichts ahnend er zum Trödler wandern. Nun kam ihm bei dem nächsten Fall, zu sehen, die Platte loszuschlagen, nur konnte er die nicht selber tragen, war viel zu schwer durch ihr Metall, so bat er, weil er noch nicht klüger, geworden, jenen Schelm ins Haus, und schleunig zahlte der Betrüger Goldstücker zehn dafür ihm aus. Die zwölfte Schüssel blieb zurück, nachdem das schöne Geld zerflossen, wollte er zum Trödler kurz entschlossen, verschlepp' mir auch das letzte Stück. Doch mitten auf dem Wege trat ein Goldschmidt freundlich ihm entgegen und sagte, nicht erneu gewiegen, frage ich, warum den gleichen Pfad, ich oft meinen Sohn dich warnen sehe, hier wohnt ein Trödler in der Nähe, hast du mit dem dich eingelassen? Dann sei gewarnt und zieh dich vor, denn jeden haut er übers Ohr, ich will mich gern damit befassen, zu schätzen, was dir etwa feil, und nimmer wurdest du betrogen. Der Bursche hatte mittlerweile die Schüssel aus dem Gleit gezogen, die sah der Goldschmidt ohne Worte von allen Seiten lang sich an, mit Kennerblick und fragte dann, ob er schon andere dieser Sorte veräußert hab' und für wie viel. Ein Goldstück hat er mir gegeben, sprach Aladin. Bei meinem Leben, der Spitzwut kennt nicht Maß noch Ziel, versetzte jene volle Empörung, mein Sohn, du warst nicht auf der Hut, und hast in gründlicher Betörung, verschleudert ein beträchtlich gut. Für solche Schüssel sondergleichen in Goldstück oder Ungebühr, denn 68 will dafür ich auf dem Fleck dir überreichen. Von diesem Tag an war das Darben für Sohn und Mutter abgestellt, und übermalt mit Rosenfarben schien sie zuvor so graue Welt. Wenn ihre Barschaft nicht mehr langte, ließ Aladin der Geisterlampe, ob auch der Mutter vor ihm bangte, erscheinen und gebot ihm dreist, ein neues Frühstück anzurichten, pünktlich vollzog er seine Pflichten. Die Silberschüsseln und die Platten brachte er herauf, so oft es Zeit war, zum Goldschmidt hin, der stets bereit war, den vollen Preis ihm zu erstatten. Fortan, drum war es ihnen leicht, bequem zu leben und behaglich. Doch weil es leider niemals fraglich, dass Missgunsts in dem Glück geschleicht, und wann sich hüten muß verneidern, vermieden sie trotz gutem Trunk und gutem Essen jeden Prunk und ihrem Haus und ihren Kleidern und hüllten hinter sich am Schloss dadurch geheim den goldenen Bronnen, der in unversiegbar floss. Vier Jahre waren so verronnen, zu einem schmucken, jungen Manne vor Aladin herangereist, grad und schlank wie eine Tanne, in winzig Pärtchen zack geschweift, spross über seinem Lippenrand, und niemand hätte mehr den Lümmel, der einst im müßigen Getümmel die Zeit vertan in ihm erkannt. Sein Blick war jetzt nicht mehr getrübt, von Trägheit, seine Geisteskräfte, durch ernsten Umgang eingeübt, auf die verschiedensten Geschäfte. Der Menschen treiben insgesamt, ihr Wirken, Trachten, Fürchten, Hoffen, in jedem Handwerk, jedem Amt, lag wie ein Buch nun vor ihm offen. Er hatte viel Verkehr gepflegt, in Wechselstuben Kaufmanns Läden, und sich in seinem Tun und Reden ein Vornehm Wesen zugelegt. Jetzt war dem auch von selber kund, was einst nicht gewagt zu träumen, dass all die Früchte feurig bunt, kein farbig Glas, wie er gedacht, vielmehr die köstlichsten Juwelen. Er nahm sich aber wohl in Acht, aus Furcht, man könnte den Trombe stillen, es irgendjemand zu erzählen. Der Mutter selbst verschwieg er streng. Durchwandelnd eines Tags die Straßen, vernahm er ungewohnter Maßen in Lautbombum und Schmetterreng, zum Schall der Pauken und Trompeten, rief öffentlich ein Herald aus, und möge schließen jedes Haus, nicht die Straßen mehr betreten. Prinzessin Petrolbudur nämlich, der Sultans Tochter wollte heute, zum Bade gehen, und zwar bequemlich, gesichert vom Gegaff der Leute. Weil Neugier doppelt heftig lot, wenn ihr begegnet ein Verbot, hat also gleich doch dies Verfahren in Aladin der Wunsch erweckt, die Sultans Tochter unbedeckt, von ihren Schleiern zu gewahren. Er schlichte es halb auf leichten Sohlen, zur Tür des Bades katzenhaft, und kauerte es so dann verstohlen, sich hinter einer Säule schafft. Er hatte noch nicht lang geharrt, als schon mit einem großen Staate von Frauen die Prinzessin nahte. Sie nahm von seiner Gegenwart nichtsmerkend, gänzlich unbefangen, im Vorräm ihren Schleier ab, und Aladin drei Schritte knapp, entfernt, vermochte nach Verlangen, er angelt, züllenlos zu schauen. War auch die Mutter ausgenommen, bisher von unvermunden Frauen, und keine zu Gesicht gekommen, so war mit einem Schlag ihm klar, dass diese hier die schönste war. Herab in reicher Lockenflut floss ihr Kastanienbraunes Haar, auf ihre Augen dunkle Glut, ihr Blick war sitzam und voll Güte, die Wangen sanft gerundet weich, und rosa-rotem Pfirsichblüte, die liebten zwei Korallen gleich. Er wuchs und gang war ohne Tadel, und ihre liebliche Gestalt verriet den Reizen tausendfalt, holt Seligkeit vereint mit Adel. Kein Wunder drum, dass Aladin, nachdem die Herrliche verschwunden, noch immer da wie festgebunden und wie verzaubert sich erschien. Obwohl er statt zu Stein und Erz, er sich zu rühren nicht vermochte, konnte er empfinden, wie sein Herz in seiner Brust vernehmlich pochte. Sogar als er zuletzt gewaltsam, sich loszureißen war gewillt, verfolgte dennoch unaufhaltsam ihn auf dem Weg nach Hause Bild. Der Mutter war sein leichtes Ding, sein ganz und gar verändert Wesen, gleich von der Stirn ihm abzulesen. Sie wunderte sich drob und fing, ihn auszuforschen an, warum er so zerstreut, verstört und stumm, ob ihm vielleicht zu Kopf gestiegen, ein Streit, ein Ärger, ein Verdruss, doch er, wie eine Hattinus, blieb unzugänglich und verschwiegen. Auch als am Abend auf dem Tisch für ihn ein braungebrannter Hase getragen ward und in die Nase, der Duft im Trang verführerisch, schob er, der immer seinem Mann, gestanden, sonst als guter Esser, hinweg die Gabel und das Messer und rührte keinen Bissen an. Da merkte sie, dass an dem Thorn heute jedes Mittel war verloren und beide schwiegen um die Wette. Er träumte Wachen, seufzte tief und ging zu guter Letzt zu Bette, doch fraglich ist es, ob er schlief. Ende von Kapitel 4 Gelesen von Elli Jänner 2012 Kapitel 5 Von Aladdin die Wunderlampe Von Ludwig Fulda Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Am Morgen drauf am Spinnrad schon saß die besorgte Frau voll drüber, Gedanken trat herein ihr Sohn und setzte sich ihr gegenüber. Ach Mutter Hoba an, vergib, mir mein Geistergeist betragen. Verzeih mir, dass auf deine Fragen ich dir die Antwort schuldig blieb. Doch wenn du's mir mit Recht verübelt, heute will ich offen dir geschehen, ich kann, soviel ich nachgegrübelt, nicht fassen, was mit mir geschehen. Ich bin nicht krank und dennoch lieber hätte ich dein erster Schmerz gefühlt, als dieses rätselhafte Fieber, das mir im Inneren tobt und wühlt. Mit Namen weiß ich's nicht zu nennen und weiß auch nicht, wie man's behebt. Du aber wirst's gewiß erkennen, wenn du vernimmst, was ich erlebt. Drauf gab er ihr genaue Kunde, wie gestern bei dem Badegang der Sultanstochter ihm gelang, eranglitz aus dem Hintergrunde, befreit vom Schleier zu erblicken, und wie die Spill seit jener Stunde sein Herz an unsichtbaren Stricken hinziehe zu der schönen Fee. Kurzum, so schloss er seine Schildrung, kein Zweifel für mein tödlich Weh, gibt's keine Hilfe, keine Mildrung. Es wäre denn, dass unverweilt, sie selbst, jawohl, sie selbst mich heilt, von allen Nöten und Beschwerden. Gefasst somit ist mein Entschluss, Prinzessin Petrol Budur muss, auf immer da die meine werden. Die Mutter, die von ihrem Spinnen ablassend eifrig zugehört, rief lachend aus, bist du von Sinnen, ja, bist so völlig du betört, an solch unmögliches Beginnen denkt nur ein ausgemachter Narr. Nein, Muttersprache, nein, du irrst, zwar wußte ich, dass du lachen wirst, doch mein Entschluss ist fest und starr, und ob du zehnmal sagst, den Glitten, sei mir mein sämtlicher Verstand, es bleibt dabei, der Sultan bitten, wenn ich um seiner Tochter hand. Mein Sohn, begann die Mutter ernst, damit du recht erwägen lernst, wie kind die Steine reden sind, antworte mir, wer soll es wagen, in diese Bitte vorzuschlagen. Du selbst, rief Alladin geschwind, ich, Gott behütte mich davor, schon der Gedanke macht mich beben, wie dürftest du das Auge erheben zu einem Sultanskind empor, hast du vergessen, dass dein Schneider bescheidenen Ranges den Vater war, all deine Ahnen Hunger leider, und ist, so frage ich nicht sogar, für unseres Herrschers Schwiegersohn den Prinz noch von zu Niedram stande, falls er in seinem Heimatlande nicht Aussicht hat auf einen Thron. Sie predigte nur Taubenohren, nenn's Warnwitz, nenn's Eigensinn, ich habe es mir einmal geschworen, und nicht so schüttert mich darin. Solange mich des Himmelsbau nicht krachend unter seinen Lasten begräbt, werd ich nicht ruhen und rasten, bist die Prinzessin meine Frau. Ja, wenn du mich nicht elend sterben, willst sehen bereits am heutigen Tag, da musst du, koste es was es mag, in meinem Namen um sie werben. Die Mutter wurde höchst verlegen, denn zum Verzicht auf seinen Plan, durch Überredung zu bewegen, schien hoffnungslos in solchen Warn, nochmals versuchte sie's mit Goethe. Gott weiß, was für mein armes Teil ich alle Zeit mich um den Heil mit meiner ganzen Kraft bemühte. Für dich vollbrech die schlimmsten Falles die schwerste Tat aus eigenem Trieb, denn weil ich ihrem Kind so lieb, tut eine gute Mutter freudig alles. Ja, wenn dem Mädchen dir gefiele, zuvor in ihm weder noch zu reich, nicht säumenwürdig, sondern gleich, dir ebnen deinen Weg zum Ziele, in deinem Namen um sie freien, und meinen Segen dir verleihen. Doch nimm nur an von ungefähr, dass ich dir deinen Willen täte, verwegen vor den Sultan trete, mit solch fräfelndem Begehr. Wird überhaupt dich vorgelassen, mit augenblicklich Nachgebühr, nicht einer mich beim Arme fassen, und mich befördernd vor die Tür. Nimm aber an, dass mir es gelänge, doch all der bittenden Gedränge, dem Sultan selber mich zu nahen, und er, der gnädig ist für jeden, weiß auch sein letzter Untertan, gestattete mir, frei zu reden. Wie denn begründ' ich dein Gesuch? Welch ein Verdienst ist dir zu eigen? Kann ich auf deinen Namen zeigen, in irgendeinem Ehrenbuch? Kannst du durch eine seltene Leistung, durch eine vielgerümmte Kunst, nach sich verschaffende Erdreistung, zu flehen um diese Gunst? Und sei nach dessen ein Gedenk, daß man vom Sultan darf erscheinen, nicht ohne kostbares Geschenk. Du selber wirst wohl kaum vermeinen, es finde, es sich in deiner Habe, ein Kleinod von so herrem Glanz, das ich es bitten könnte als Gabe dem größten Herrn des Morgenlands. Ei, gerade wenn ich dies bedenke, versetzte ruhig Aladin, dann wird mir neue Mut verliehen. Ich hätte nichts, was zum Geschenke, für den Sultan gut genug. Entsinn dich doch der hübschen Sachen, die dazumal ich bei mir trug, als ich der Höhle finsterem Rachen enttronnen war mit heiler Haut, und die mein Mangel an Erfahrung für bunte Gläser angeschaut. Längst aber war mir Offenbarung, lernte ich doch von den Juwelieren den Unterschied zwischen Falsch und Echt. Juwelen sind es nicht so schlecht, um meine Krone zu verzieren, doch außerlesene Farbe und Art, die werden kann ich dir versprechen, dem Sultan, wenn er sie gewahrt, gewaltig in die Augen stechen, so daß sie überfließt von Gnade. Die Zauberfrüchte kurz und gut nahm insgesamt da aus der Lade, worin bis heute sie geruht, und ordnete sie mit Bedacht in einer schönen alten Vase, die seine Mutter eine Base ernst zum Geburtstag überbracht. Ja, freilich, von gemeinem Glase kam dies lautere Feuer nicht, das nur mit stärkerem Gefunkel sie blendete bei Tageslicht, als in des Abends halben Dunkel. Nachdem an dem erhabenen Schimmer die beiden lange sich geletzt, nahm Aladin das Wort, was jetzt? Sag, Mutter, zweifelst du noch immer, daß mein Geschenk der Sultan schätzt. Du wirst, soweit ich im Palast, mit dieser Gabe gut empfangen, sprich, welchen Einwand du noch hast, um mir zu weigern, mein Verlangen. Zwar konnte sie nicht überzeugen, doch weil er wild und wilder bat, so wusste sie sich keinen Rat, es widerstrebend sich zu beugen. Wohl an mein Sohn, weil du's verlangst, will ich das Wagnis auf mich nehmen, will trotzdem meiner Herzensangst mich zu dem schweren Gang bequemen. Nur gib mir nicht die Schuld, und später daraus entquill den Unglücksborn, und werden uns, in gerechten Zorn, der Fürst bestraft als Missetäter. Warum denn gleich das ärgste Glauben, erwiderte der Sohn ihr heiter, und sollte wirklich zu einen schnauben, dann hilft gewiss, mein Glück mehr weiter. Die Lampe, die nun schon seit Jahren auf Wunsch uns üppig tränkt und speist, wird mir auch künftig in Gefahren als Beistand senden ihren Geist. So wußte sie überaus gewarnt, auch ihren letzten Widerstand mit Gründen aller Art zu brechen, und sie erklärte sich bereit, beim Sultan morgen vorzusprechen, wenn es im Bereich der Möglichkeit. Ende von Kapitel 5 Kapitel 6 von Aladin die Wunderlampe von Ludwig Fulda Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 6 Vor lauter Ungeduld erweckte, bereits vor Tag, bei dem Maschein, der Sohn die Mutter, und sie steckte, sich in ihr Feierkleid hinein. Die Vase bis zum Rand gefüllt, mit den Juwelen, war den Linnen von ihr behutsam eingehüllt. Ein feines weißes Tuch für innen, ein gröbres Hölz überzug, so daß, nachdem sie die vier Enden, verknotet mit geschickten Händen, sie das Geschenk als Bündel trug. Sie machte der Gestalt beklommen, nach dem Palast sich auf den Weg, und gerade, als sie dort angekommen, war der aufgetannte Zeugeheg. Es ging hinein der Großvisier mit anderen hohen Würdenträgern, Erkeien, Reisigen und Jägern. Dahinter drängten Zalluschir, in dichtem Schwarm sich all die Leute, die bei des Herrschers Divan heute darauf rechneten, der Huld von oben abzugewinnen einen Strahl. So, gehend halb und halb geschoben, kam sie zum weiten Lichtensaal, worin der Divan ward gehalten. Dort saß der Sultan in Person, umwogt von seines Puppers Falten, ihr gegenüber auf dem Thron. Der Großvisier an seiner Seite, so dann, gewärtig seines Wings, ein äußerst stattliches Geleite von Staatsbeamten rechts und links. Wer nun der Reihe nachgerufen, herantrat an die Strohne Stufen, der legte seine Bittschrift nieder, sprach zur Begründung einen Satz, er hielt Bescheid und musste ihn wieder, dem nächsten Räumen seinen Platz. Die Mutter ward noch lang nicht dran, doch ehe sie sich reich besann, verstrich das Divans kurze Stunde. Der Fürst stand auf, entließ die Zahl der Haarenden und schritt den Bunde mit seinem Hofstaat aus dem Saal. Der Schwarm verlief sich, und sie ging, der weiteres Bemühen vergeblich, nach Haus, wo sie der Sohn erheblich, enttäuscht und missgestimmt empfing. Sein Unmut blieb nicht verborgen, doch fühlte sie sich frei von Schuld, ermahnte sanften Zugeduld, und gab ihr Wort, sie werde morgen von neuem hingehen. Welche Qual! Der arme Junge saß auf Kohlen, denn fruchtlos musste siebenmal seinen Versuch noch wiederholen. Stets mit nämlichem Verlauf sie kam und sah den Sultan drohnen, rechtsprechend warnen und belohnen, und immer wieder brach er auf, bevor er in ihr die Reihe war. So hätte wohl unabwendlich sie Tag für Tag in volles Jahr gewartet, wäre sie nicht endlich den Blick des Herrschers aufgefallen, weil ohne Bitschrift in der Hand sie stets als hinterste von allem dem Thron grad gegenüber stand. Drum, als der Diwan war beendet, am siebten Tag, und er sich eben in sein Gemach zurückbegeben, sprach er zum Großweser gewendet. Geräume Zeit bemerk ich schon, wie täglich, wenn ich Sitzung halte, sich gegenüber meinem Thron, erwartend aufstellt, eine alte. Sie trägt was in den Tuch geschlagen, und steht so bis zum Schluss still. Kannst du mir künden, was sie will? Vermutlich will sie sich beklagen, erwiderte der Großweser. Du weißt ja, Herr, wie häufig Frauen ein unbedeutend Leid von dir mit großem Watschfall wiederkauen. Vielleicht hat man zu wenig Mehl auf dem Markt dazugewogen, vielleicht bin wechselnd sie betrogen. Der Sultan gab ihm drauf Befehl, sie nächstes Mal ihm vorzuführen. Und richtig, tags darauf sofort, nachdem man aufgetan die Türen, stand sie beharrlich wieder dort. Der Sultan winkte vor Beginn, der Sitzung, als er sie erblickte, dem Großweser, und dieser nickte, zum obersten der Wache hin. Da gab der Mutter Flux ein Zeichen, mit ihm zu gehen, gebot so dann, den Vorderen vor ihr zu weichen, und brachte sie zum Thron heran. Dort warf sie sich, weil dies gebührend, erschien nach allgemeinem Brauch, vor dem Sultan nieder auf den Bauch, den Boden mit der Stirn berührend. Doch er befahl ihr aufzustehen, und sagte, »Gute Frau tagtäglich, habe ich seither dich unbeweglich, nahe dem Eingang Hahn sehen. Was ist es, sprich, was du begehrst?« Sie warf sich nochmals niedererst, und hauchte vor Erregung heiser, bevor erhabener Herr und Kaiser, den Anlass du von mir erfährst, der mich bewog zu diesem Schritte. Vernimm die demutsvolle Bitte, dass mein unglaubliches Verlangen, du gnädig im Voraus verzeihst, denn ich vergehe fast verbangen, erscheint jedoch mein Unterfangen, sogar mir selbst allzu dreist. Der Sultan, um mir Mut zu machen, ließ augenblicks den ganzen Hauf des Volkes entfernen durch die Wachen und forderte den Hofstaat auf, ihn mit der Frau allein zu lassen. Zurück blieb nur der Großvisier. »Du darfst,« so sprach er dann zu ihr, »nur mehr getrost ein Herz dir fassen, was immer dein Begehren sei, dir ist vorweg mein Wort zum Pfande vergeben, also rede frei.« Da lösten sich die Zungenbande der Mutter. Ohne weiterer Scheu berichtete sie wahrheitstreu, doch welch geheimes Abenteuer sich seiner Tochter Aladin, ihr Sohn genaht, wie heftig ihn, seitdem verzehre wildes Feuer, wie redlich sie sich unterdessen in Abzug kühlen angestrengt, doch wie von Leidenschaft besessen, er sie zu diesem Gang gedrängt. Nur seiner Drohung, dass er sterbe, wenn nicht um deren Hand sie werbe, die doch für wahr mit ihm verglichen, nicht minder unerreichbar fern, als am Firmament ein Stern, sehr schließlich zögern sie gewichen. Der Sultan keineswegs empört, doch spöttisch äußerte die Frage, nachdem er ruhig zugehört, was in dem Tuch für Hülse trage. Sogleich entnahm sie wunschgemäß den Bündel des Geschenk des Sohnes und stellte vor dem Fuß des Thrones das vollbeladene Gefäß. Der Herrscher von dem Mundenscheine geblendet, entwähnte sich im Traum und traute seinen Augen kaum beim Anblick all der Edelsteine. So groß und prächtig wie noch keine Zeit seines Lebens hergeschaut und in Betrachtung ganz versunken, sah sein Weilchen ohne Laut. Dann rief er freudetrunken, wie schön, wie köstlich, wie vollendet, nahm jeden Einzelnen in die Hand und sprach zum Großvisier gewendet. Sag, ob in meinem ganzen Land, in allen Ländern dieser Erde, man je etwas gleich Vollkommenes fand. Mit Beifall spendender Gebärde gab dies der Großvisier ihm zu, worauf er fortfuhr. Möchtest du behaupten, dass ich einem Mann, der solcherlei Vermacht zu schenken, nicht ohne mich lang zu bedenken, zum Schwiegersohn erwillen kann? Der Großvisier war sehr betroffen von diesem Wort. Seit Jahren schon ließ nämlich ihn der Sultan hoffen, er werde seinen eigenen Sohn mit der Prinzessin Enst vermöllen. Er sagte drum ins Ohr ihm leise, Ja, Herr, ich kann es nicht verhüllen, dass dies Geschenk von höchstem Preise der Sultans Tochter würdig ist. Doch gönne mir drei Monate Frist. Mein Sohn, den formelst du zum Gatten, ja, zu bestimmen hast, behehrt, stell sicher dies Geschenk in Schatten, doch eins und doppelt reichen wert. Das schien dem Sultan eine Flause, doch gab er seine Bitte nach, weil er sein Günstling war und sprach, zur Mutter freundlich, geh nach Hause, zu deinem Sohn und melde ihm dies. Den Antrag, den er stellte, wies ich nicht zurück. Drei Monate sind, von nöten aber, ehe zum Gatten ich jemand gebe, meinem Kind, um sie gezimmend auszustatten. Nach Ablauf dieser Zeit kommt wieder. Die Mutter ging nach Haus zurück und diesmal behebten ihre Glieder, nicht vor Verzagtheit, nein, vor Glück. Ende von Kapitel 6 Gelesen von Elli April 2012 Kapitel 7 Von Alladin die Wunderlampe von Ludwig Fulda Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Kapitel 7 Wer könnte wohl in Worte fassen, wie selig unser junger Held, nachdem die Mutter ihn bestellt, was ihm der Sultan melden lassen? O Wanne, dass nach langem Dürsten, nach vielen Nächten ohne Schlaf, die Botschaft aus dem Mund des Fürsten, sein künstliches Hoffen übertraf. Er tanzte rundherum im Zimmer, schwor in den vorigsten Ergüssen, der Mutter Dankbarkeit auf immer, und überhäufte sie mit Küssen. Drei volle Monate waren freilich, als vorgeschriebene Wartezeit, für seine Sehnsucht endlos weit. Es war darum gewiss verzeihlich, dass ihn des Ziels Erwartung quälte, und er beständig nach der Uhr, nicht Wochen, Tage, Stunden nur, vielmehr auch die Minuten zählte. Zwei Monate waren abgelaufen, als er es morgens ahnungslos, die Mutter sich, um was zu kaufen, zum Markt begab. In Lautgetös der Fröhlichkeit scholl ihr entgegen, als wie ein Fest herangerückt, wie Blumengrenzen aller Wegen, war er eilig Haus für Haus geschmückt. Und Lämpchen wurden hundertfach hinaufgereicht auf hohe Leitern, für Brachbeleuchtung auf dem Dach. Die Straßen wirmelten von Reitern, auf edlen, reichgezehrten Pferden, und Alt und Junge aufgeputzt. Die Mutter, ganz und gar vertutzt, vermochte draußen nicht klug zu werden. Sie fragte drum, den ersten Besten, weshalb denn heute jeder Mann sich rüste wie zu großen Festen. Der gab zur Antwort, schau mal an, das weißt du nicht, Eiders erzählt sich, die hat auch die ganze Stadt erfreut. Dem Sohn des Großviziers vermählt sich, Prinzessin Bedrulbudur heut. Die Gute flog bestürzt nach Haus und rief dem Sohn, der sich zur Stelle befand, entgegen auf der Schwelle. Ach, Ermster, nun ist alles aus, den Sultan hat's in Wort geräut, denn im Palast ist Hochzeit heut. Dort wird mit feierlichem Brunke, der Sohn des Großviziers getraut, und die Prinzessin ist die Braut. Als ob des Blitzes jäher Funke durchzog er seines Lebens mag und fand sich allerdings erschmettert, blieb standhaft aber dochernstark, und als verzweifelnd er durchblättert, Seite für Seite sein Gedächtnis, nach Mitteln gegen diese Pein, fiel ihm des falschen Freundes Vermächtnis die Wunderlamp wieder ein. Zur Mutter sprach er drauf entschieden, der Hochzeit setze ich einen Damm, lass schauen, wer heute mehr zufrieden, ich oder dieser Bräutigam. Er tat, was ihm bereits geläufig, in seine Kammer eingeschlossen, riebe die Lampe, wie schon häufig, und aus dem Boden aufgeschossen, erschien der Geist gleich einem Riesen, ihn fragend, was ist dein Geheiß? Traf, Aladin, du hast mit Fleiß mir öfters Dienst bei dich erwiesen, bei Wünschen, die gering und nichtig. Das Werk jedoch, das ich dir nun befehlen will, für mich zu tun, ist über allemaßen wichtig. Du sollst mir meine Qualen lindern, und drum als unsichtbarer Gast die Hochzeit, die heut im Palast gefeiert werden soll, verhindern. Begib dich hin, vom Wind getragen, er greift den Bräutigam beim Kragen, entführe ihn ein, verstecke ihn, sperr dort fest ihn ein, und lass verborgen ihn schmachten bis zum nächsten Morgen. Der Geist versetzte fügsam, Herr, wie du befühlst, und war verschwunden. Am Hofe war er mit aller Kraft, inzwischen seit den frühesten Stunden, für die Vermählung vorgeschafft. Mit einem war auf beispiellosen, und noch nicht da gewesenen Glanz, war der Palast verwandelt ganz, in ein duftgehend Händ voll Rosen. Die Tafel funkelte von Gold, Prunkteppiche von schwerster Seide, bedeckten sorgsam aufgerollt, zu wundersamer Augenweide, den Marmorboden und die Treppe, und rings mit Perlenschmuck beschwert, wog der Prinzessin Hochzeitschleppe, drei Fürstentümer auf, an Wert. Der ganze Hofstadt war beisammen, nebst Sendlingen aus aller Welt, in angefochten Opferflammen entstieg der Rauch zum Himmelszelt. Graz wollte die Vermählungsfeier beginnen, Festmusik erscholl, schon trat herein, die am Schleier, die Sultanstochter ammutsvoll, an ihres hohen Vaters arm, und in der Würdenträger Schwarm schritte hingegen ihr Verlobter. Da plötzlich Nacht und Widerlicht, der Geist erfüllte mit der Probter Vollendung seine Dienerpflicht. Man sah sich an, man sah sich um, die Augen starr, die Minendum, was war geschehen? Der Bräutigam stand nicht mehr dort, wo er gestanden, grad eben, sondern war abhanden, wie fortgewischt von einem Schwamm. Man forschte, späte, doch vergebens. Der Großvisier, der schon geglaubt, er sei am Ziele seines Strebens, schien vor Erregung sinnberaubt. Der Hofstadt mit betäubten Hirne begann zu zuscheln, dichtgeschart. Der Sultan runzelte die Stirne und pumpte was in seinem Bad. Die Gäste, ratlos und befangen, verkrümmelten sich allgemach, und über der Prinzessin Wangen herunterfloss ein Tränenbach. Die Feierstimmung war verraucht, verwandelte alle Lust in Wehe, denn da zum Abschluss seiner Ehe den Bräutigam man dringend braucht, so blieb am Ende keine Wahl, als die Vermählung zu verschieben, samt Freudenfest und Hochzeitsmahl, bis man ihn wieder aufgetrieben. Der Sultan flößte seiner Tochter gezerrtlich Tröstung rein und Mut, allein mit Mühe nur vermocht er zur Stillen ihrer Augenflut, obwohl weit mehr verletzte Scham und schwer gekränkter Stolz die Quelle, der Tränen war als Herzenskram. Am nächsten Morgen aber kam der Großvizier in höchster Schnelle zum Sultan, der halb ungeduldig, halb mührisch ihm entgegen sah, und rief, mein Sohn ist wieder da, und er ist, oh glaub mir, weder schuldig, noch weiß er selbst, was ihm geschah. Gebet er drum, dass man die Feier heut rüsten soll zum zweiten Mal, und gibt dadurch zurück dem Freier, was ihm in Unstand gestern stahl. Hierzu, wenngleich das Fest verpfuscht ihm vorkam, war der Fürster bötig, denn für sein Anzein schien ihm nötig, dass alles möglichst weit vertuscht. Die Hauptstadt wurde von Trompeten und Pauken abermals doch lärmt, das Hochzeitsessen aufgewärmt und alle Gäste neu gebeten. Als Aladin, dem keine Spur von sämtlichen Begebenheiten entgangen war, davon erfuhr, beschloss er, herzhaft loszuschreiten, auf dem Pfade bis zum Sieg. Den Geist beschwor er drum von neuem, und als dem Boden er entstieg, sprach er zu ihm, du hast mit Träumen Gehorsam, was sich dir befohlen, genau vollbracht, dieselbe Not zwingt mich in dessen mein Gebot von gestern dir zu wiederholen. Den Sohn des Großveziers entführe heute abermals in gleicher Art, und hinter fest verschlossener Türe heilt ihn bis morgen früh verwahrt. Der Geist entfernte sich, die Tat, alsbald wie tags zuvor verrichtend, nur diesmal noch in stärkerem Grad, als gestern wirkte sie vernichtend. Im feierlichsten Augenblick verschwand er plötzlich aus dem Saale, durch ein unerfaßliches Geschick der Bräutigam zum zweiten Male. Vom ganzen Hof und hohem Adel war der Gesuchte eine Nadel, in alle Winkel war geguckt, gestöbert war er in allen Ecken, er war so wenig zu entdecken, als ob der Boden ihn geschluckt. Hiermit begann ein Trauerspiel, Prinzessin Petrol-Budur raufte, die schönen Haare sich und fiel bewusstlos hin, der Sultan schnaufte, für ihn krämpft wie ein wildes Tier, der unglückselige Großvisier waren sich in Krämpfen wie ein Wurm, die Augen rollen rings im Kreise, die Gäste flogen gruppenweise, wie in die Herde vor dem Sturm, und seufzt entsprach der Oberkoch in tiefem hoffnungslosen Hermen zum Kücheljungen. Einmal noch kann ich den Hochzeitsschmaß nicht wärmen. Ende von Kapitel 7 Gelesen von Elli April 2012 Kapitel 8 von Aladin die Wunderlampe von Ludwig Fulda Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 8 Der Großvisier fand keinen Schlummer in dieser Nacht, am anderen Tag, bei Sonnenaufgang, als vor Kummer, halbkrank genug im Bett lag, trat aschenfall und übernächtig sein Sohn herein, der Vater schrie, verjetz und seien er nicht mehr mächtig, hinweg mit dir und lass dich nie mehr sehen. Da fiel er auf die Knie, mein Vater schein' ich so verdächtig, dass du Gehör mir weigern willst, wenn dir bekannt was unverschuldet, ich heut' und gestern Nacht erduldet, so wett' ich, dass dein Kroll sehr schmilzt. Ich wurde beide mal gepackt von unsichtbaren Fäusten, stärker als Menschenhand und eingesackt in einem engen, finstren Kerker. Zu schmal, um nieder mich zu legen, ja, selbst um aufrecht mich zu regen, die Tür von außen fest verrammelt und alles rüttelt ohne Zweck, so kauert ich, noch kaum gesammelt vom ersten fürchterlichen Schreck, erneuter Hexerei gewärtig, gefasst auf meinen Untergang, und mit dem Erdendasein fertig, wer weiß, wie viele Stunden lang, bis sie endlich beide mal die Tür von selber aufsprang. Aber ich gebe mein tausend Bräute mehr dafür, ich möchte nicht, solange ich lebe, dies noch ein drittes Mal erleiden. So sehr mir die Prinzessin teuer, ich will sie lieber dauernd meiden, als dem geheimen Ungeheuer zum Spielball dienen unbeschränkt. Ich glaube, Petrolbutter denkt hier rein nicht anders und sie kann, auch wenn sie liebenswert mich findet, nicht recht vertrauen einem Mann, der unfreiwillig stets verschwindet. Drum wünsche ich, ob du gleich dem bösen Verhängnis nicht mit Unrecht krollst, dass du den Sultan bitten sollst, er möge die Verlobung lösen. Der große Seher kannte klar, wenn auch im Innersten bekümmert, sein Lieblingsplan von manchem Jahr, der ergrittungslos für ihn zertrümmert, so dass, wie nun die Sache stand, statt auf ein Wunder noch zu hahn, er selber den Verfahrenen kann, am besten stecken ließ im Sand. Er trug dem Sultan untertänig, drum seines Sohnes bitte vor, und fand ein sehr geneigtes Ohr. Der Herrscher freute sich nicht wenig, als unverhofft er sie vernahm, dass dem Entschluss, den er im Stillen, gefasst um seiner Tochter willen, ihr Bräutigam entgegenkam. Mit Windeseile flog die Kunde von der Entlobung durch die Stadt, war tagelang in aller Munde, doch schließlich schwarzte man sich satt. Es wusste ja vom wahren Grunde nur Aladin allein Bescheid. Und dann um mehr sein Weizenblüte, nahm mit beruhigtem Gemüte zum nächsten Schachzug er sich Zeit. Erst als im Monat noch entwichen und so wie vorbestimmt verstrichen die ganze Frist von dreien, sandte von Neume die Mutter auf Wad zum Sultan, der sie gleich erkannte, und sich an sein Gegebniswort erinnerte. Mit freiem Mutte bat sie den Fürsten auf den Knien, gewähren möge Aladin, was zu versprechen er geruhte, da die gedungene Frist vorbei. Dem Sultan war die Mahnung peinlich, er hatte ja für unwahrscheinlich gehalten, daß die Schwärmerei des jungen Mannes nach so vielen Wochen immer noch nicht erloschen sei, denn was er unbedacht versprochen, war niemals ernst gemeint gewesen, konnte zum Gatten seines Kindes oder einen Schwiegersohn erlesen, der nicht geboren war als Prinz. Und doch vor offener Verneinung sich scheuend, zog ihm wieder Streit, er sei ein Großvisier beiseit, und fragte leis nach dessen Meinung. Ja, sagte jener gleichfalls leis, Wenn du dein Wort nicht willst verletzen, genügt er seinen solchen Preis für die Prinzessin festzusetzen, daß, wenn des Werbes Überfluss an Geld und Gut auch ohnegleichen, trotz allem er die Segel streichen und voll Beschämung abziehen muß. Der Ratschlag schien dem Sultan schlau, deshalb sich zur Mutter eilig und wenn er entsprach er, gute Frau, ich gab mein Wort und halt es heilig. Dein Sohn soll keinen Hindernissen begegnen, aber um zu wissen, was er zur Morgengabe beut, und ob er wirklich zur Erringung der hohen Braut kein Opfer scheut, mache ich ihm eins zur Bedingung. Ich fordere, daß er vierzig Becken von schwerstem Gold mir schicken soll, die sämtlich bis zum Rande voll von herrlichen Juwelen stecken, den damals mir geschenkten gleich, die jeden Stein im ganzen Reich weitaus an Schönheit übertrafen. Hertragen sollen diese Fracht auf Häuptern vierzig schwarze Sklaven in reicher, außerlesener Tracht, geführt von vierzig jungen Weißen, die noch verschwenderischer Gleisen. Dies die Bedingung, wird genau von ihm bestanden diese Probe, dann, höre, daß ich's laut gelobe, wird meine Tochter seine Frau. Die Mutter schritt bedenklich heim, jedoch gelabt vom Hoffnungsschimmer, das Herrschers Forderung wert auf immer, wenn ihrem Sohn jeden Keim des nährischen Begehrens ersticken. Doch als von diesem Trost beseelt, sie klipp und klar ihm aufgezählt, was er dem Sultan solle schicken, und sicher dachte, daß erschrocken er sich bequemen zum Verzicht, rief er mit strahlendem Gesicht und überschäumenden Frohlocken. Nichts weiter, er hätte das Sultaniert im Glauben, daß durch die Bedingung er mich ins Boxern jagen wird. Wind, er, mir fehle zur Bezwingung, solcher es Probestücks die Macht. Ich könnte ihm doch ganz andere Launen befriedigen, er solle erstaunen, und du nicht minder, gib nur Acht. Er ging in seine Kammer rieb, der Lampe bis der Geist erschienen, der unterwürfig ihm zu dienen, wie stets bereit war. Er beschrieb, des Herrschers Anspruch immer ausführlich, und fragte dann, dies all im Schaffen könne Knall und Fall. Der Geist erwiderte, natürlich, wohl ansprach Aladin zur Eile, damit ich Flux den ganzen Tand ihm senden kann. Der Geist entschwand, und kam nach nicht viel größerer Weile, bis während man die Augenlider zuschließt und öffnet, wie geheißen, mit vierzig schwarzen Sklaven wieder, sowie mit vierzig jungen Weißen, so daß zu umfangreicher Zug, sich auf die Straße Muster strecken, weil Haus und Hof nicht weit genug. In jeder von den Schwarzen trug auf seinem Haupt ein goldenes Becken, und in jedes Becken Wies in Fülle, Diamanten, Perlen und Perülle, Smaragd, Saphir, Topos und Rubin, vom höchsten Reiz des Farbenspiels und überlegen noch um vieles, den Früchten, die sich Aladin im Zauergarten eins gepflückt. Nachdem das Werk so weit geglückt, rief er die Mutter, die mit Stahn weit aufgerissenen Augen gaffte. Schau, sprach er, muss der Sultan Hahn, gestehe, dass ich zur Stelle schaffte, was er vorhin sich ausbedangt. Jetzt aber zögere nicht lang und bringe meine Morgengabe geradewegs in den Palast, damit, meiner großen Hast, er merkt, wie sehr ich Sehnsucht habe, mein Herz noch so viel Sturmgebraus zu steuern in der Ehehafen. Die Mutter schritt somit voraus, dem wundersamen Zug der Sklaven. Das gab in Aufsehen jedem Haus entströmten gierige Besucher, so daß in Kürze jung und alt, zu einer dichten Menschenmauer, auf allen Straßenstand geballt. Was er und Beine hatte, lief, was er und Lungen hatte, rief, mit Stimmen gellend wie Posaunen, man möge kommen, sehn und staunen. Einmütig wurde die Verkündung des Urteils aller Orten laut, dass sie in der Stadt, seit ihrer Gründung, an solchen Aufwand nie geschaut, wie Sklaven, edler von Gestalt, von Wuchs und Haltung angetroffen, so bunt geschmückt, so mannigfalt, bekleidet mit den feinsten Stoffen. In schöner Ordnung, der in zur Seite den schwarzen Bäckern trägern war, jeweils in weißer als Geleite. Hinwandelten sie Paar für Paar. Dazu die Edelsteine glänzen, der vierzigfache Spiegelschein des lauteren Goldes. Allgemein war die Begeisterung ohne Grenzen. Ende von Kapitel 8 Gelesen von Elli April 2012 Kapitel 9 Die Nachricht war gleich in den Blitze, getrungen an der Pferdnerohr, ehe das Palast des offenen Tor sich näherte des Zuges Spitze. Sie sahen den schmucken Vordermann, der achtzig Sklaven mit Verbeugung, für einen fremden König an und wollten drum zur Ehrbezeugung und Küssen seines Kleides saum. Doch der erwiderte, gebt Raum und bügt euch lieber vor dem Rechten. Ich bin nur einer von den Knechten in unseres großen Herrn Sold. So stieg der Zug hinan die Treppen, die schwarzen Harten auch zu schleppen an ihrer schweren Last von Gold, und von den Weißen angeleitet, betraten sie den lichten Saal des Divans. Längst schon vorbereitet und überaus gespannt befahl der Sultan, dass man ihnen Platz gewähre, kunstgerechterweise, für im gereihten halben Kreise, beeilten sie sich ihren Schatz, am Fuß des Thrones aufzustellen, worauf noch wohl versehen im Amt sowohl die dunklen als die hellen sich niederwarfen insgesamt. Die Mutter nahte nun dem Thron und sprach mit vielen Huldigungen. Hier sendet Aladin, mein Sohn, erhabener, was du dir bedungen. Er hofft, es werde dir gefallen, und der Prinzessin ebenfalls. Der Sultan kamen Wort, soll allen imstande, mit geregtem Hals und überzeugt, in Wolle, Necken, im Druck der Sinne, blickte bald, verwundert auf die vierzig Becken, mit dem funkelnden Gehalt, von größerem Wert als ganze Länder, bald auf die fürstlichen Gewänder, der achtzig wohlgestalteten Sklaven, und sagte laut zum Großes hier, für wahr der Himmel soll mich strafen, wenn ein Geschenk wie dieses hier Jesult uns Zeuchtern wagt geboten. So ist es, stimmte jener bei, zumal er einsah, dass der Knoten nicht anders mehr zu lösen sei. Wie hätte noch der Fürst sein Wort zurückziehen können als Empfänger von solchen beispiellosen Hort? Er fragte jetzt sogar nicht länger nach des Bewerbers Rang und Stand und nach allen anderen Eigenschaften. Für jeden Vorzug konnte als Pfand sein ungeheurer Reichtum haften. Geh, sprach er drum im milden Ton zur Mutter, melde ihm das mit warmen, gefühlen ich und offenen Armen in grüßen will als Schwiegersohn. So waren jetzt nach hartem Ringen die Schwierigkeiten weggeräumt. Sie selber durfte im Kunde bringen, dass alles, was er sich erträumt, was für unmögliche gegolten, was als verrückte Ziege scholten und was ihm ihre Zweifelssucht veragt als rüffelhaft verstiegen, ihm jetzt als reife Frucht bereit war, in den Schoß zu fliegen. Er war, wenn auch überschwänglich, beglückt, ließ keine Zeit entfliehen und das zu tun, was unumgänglich und so des Werkes Krönung schien. Er hieß den Geist von neuem kommen und sprach, als dieser schnell genaht, bereite mir sofort dein Bad und bring, nachdem ich es genommen, wie ein Gewand so reich und prachtvoll, wie sonst es nur ein König trägt. Er füllte drauf, als bald sich machtvoll, erfasst und durch die Luft bewegt, ein schöner Raum an allen Wänden wie bunten Marmor ausgelegt, empfingen, dort bedingt gepflegt, von zarten, unsichtbaren Händen, nahm er das Bad in deiner Laun, von Wohlgeruch erfüllten Flut. So dann, erquickt und ausgeruht, konnte er in den Spiegel schauen, dass er zu seinem Vorteil ganz verwandelt, schöner war und schmucker. Statt des bisherigen Gewands, das immer noch den armen Schlucker verraten hatte, fand er Kleider, so prächtig, so mit Gold bestickt, dass jeder Prinz und Fürst als Neider nach innen hätte hingeblickt. Sobald er fertig angezogen, erschien der Geist auf seinen Wink und er gebot ihm, zeig dich flink, ich habe mittlerweile erwogen, was mir noch fehlt, ein edles Rost verlange ich, das an Schönheit alle, verdunkelt in der Sultanstalle, zu diesem ferne einen Tross von Sklaven, jenen gleich zu achten, ein Kleiderprunk und Stattlichkeit, die mir ein geschenk dem Sultan brachten. Acht Sklavenen dann zum Geleit für meine Mutter, deren jede, ihr ein so köstliches Gewand soll bringen, das im ganzen Land bald von nichts anderem mehr die Rede. Auch einen Beutel mit zehntausend Goldstücken brauche ich noch, nur schnell ein Zwerg. Der Geist entschwebte sausend und alles war ihm nur zur Stell. Den Sklavenen gab Alladin Befehl zur Mutter hinzueilen und ihren Staatsknett anzuziehen. Das bare Gold ließ er verteilen und feine Sklaven mit der Weisung, sie sollen's auf der ganzen Länge des Weges mit voller Hand zur Speisung, der Armut werfen in die Menge. Er stieg zu Pferd und zog ihm mitten des Trosses durch die Straßen hin. Selbst Kennern kam nicht in den Sinn, dass er noch nie zuvor geritten, weil mit dem Feinsten Ebenmaß und Anstand er im Sattel saß. Vielköpfig, Mastig nicht zu zählen, lief wiederum das Volk herbei. Betäubend schwang aus allen Kehlen sich Beifallruf und Jubelschrei, besonders wenn vom Sklaventross geschnellt und ungewollter Segen so rechts wie links ein Hagelregen von goldenen Münzen sich ergoss. Wer war der Ritter hoch zu Ross? Bei Namen konnte niemand nennen, nicht einmal einer unter zehn, die noch vor kurzem ihn gesehen den alten Aladin erkennen. Er, jüngst noch dürftig unanselig, sah sich nun selber nicht mehr ähnlich, denn zu der Lampe Wunderkräften gehörte die geheime Macht, dem Glückspilz, den sie hochgebracht, auch äußeren Adel anzuheften. So lag am Tage Sonnenklar, dass all der Pracht womit er prunkte, doch sein Verdienste würdig war. Er wurde rasch zum Mittelpunkte für jedes Auge, ja auch zu enthob zum Himmel in des Volkes Lob und gönnte gern in dieser Erde vollkommenstes und reichstes Heil. Bis zum Palast der Mittlerweil gelangt, stieg Artikel vom Pferde. Die Pferdner bildeten zwei Reihen, von Tor zu Tür, um dem Empfang vermehrte Würde zu verleihen. Durch diese Schritte sacht entlang, traten in den Saal und vor den Thronen. Der Sultan seiner Haaren schon war überrascht und höchst erbaut, sowohl von seiner Prachtentfaltung wie seinem Wuchs und seiner Haltung, schritt ihm entgegen, zog ihn traut, ihm während auf die Knie zu sinken an seine Vaterbrust und ließ, indem er ihn willkommen hieß, entsitzen dich zu seiner Linken. Erlauchter Fürst sprach Aladin, ich danke dir, dass meine Akünen, statt es doch harten Spruch zu söhnen, so nachsichtsvoll du mir verziehen. Ich wüsste nichts, was mich entschuldigt, als dass mein Herz von holben Zwang, besiegt, in willenlosem Drang der reizenden Prinzessin huldigt, und dass die Liebe, die gewaltsam in meinem Inneren flammt und lot, nicht enden wird bis unaufhaltsam, mein Leben selbst erlischt im Tod. Mein Freund versetzte halb im Scherz des Sultan, und auch dieses Feuer, heillos versenkt zu sehen dein Herz, halte ich vor dann dich viel zu teuer. Ist dies das Mittel, dich zu töten, so weiß ich, was dich heilen soll. Er gab in Zeichen flugserscholl, Musik von Zimmeln und von Flöten. Er führte daraufhin liebevoll zum wunderbaren Nebensaal, worin bereits auf goldenen Tellern war aufgetischt ein leckeres Mahl, das aus den kaiserlichen Kellern versorgt war mit dem besten Wein. Der Sultan aß mit ihm allein. Der Großvisier und all die Herren von Rang und von Geblüt umkreisten den vollbesetzten Tisch von fern und mussten zusehen, wie sie speisten. Ende von Kapitel 9 Gelesen von Elli Mai 2012 Kapitel 10 von Alladin die Wunderlampe von Ludwig Fulda Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 10 Nach Tische war dann Alladin vom Sultanväterlich die Frage, gerichtet, ob es ihm behage, sogleich die Hochzeit zu vollziehen. Er gab zur Antwort, Herr, du weißt, wie sehr ich nach dem Glück verlange, dass die Prinzessin mir verheißt. Geh doch, damit ich hier im Range gemäß an unserem Hochzeitstag sogleich in tadellosen Räumen ein neues Heime bieten mag, lass noch für kurze Zeit mich säumen. Ein Schloß, versehen mit jeder Zier will ich errichten, weise mir drum einen angemessenen Bauplatz. Der Sultan drauf, mein Sohn, du hast die Auswahl hier vor dem Palast, liegt, wie du siehst, ein leerer Schauplatz. Wofür dein Schloß genügend Raum? Nur lass es möglichst rasch erbauen, denn glaube mir, ich kann es kaum erwarten, euch für mich zu schauen. Nach dem Gelöbnis, dass er sicher den Bau nach Kräften fördern werde, nahm Alladin mit feierlicher Umarmung Abschied stieg zu Pferde und trabte durch die gleichen Gassen mit dem Gefolg zurück nach Haus und brandet wieder von den Massen des Volkes mit lautem Jubelbraus. Daheim kam angelangt, beschwor, den Geister abermals und sagte, schon den bisherigen Wirken ragte durch Kraft und Schnelligkeit hervor, doch zu dem ungemeinen Werke, das jetzt mir unentbehrlich ist, bedarf ich deiner ganzen Stärke. Du sollst in möglichst kurzer Frist gerade gegenüber vom Palaste des Sultans wie ein stolzes Schloss errichten, das vom Erdgeschoss bis zu des Daches Flaggenmaste der Sultanstochter meiner Frau trotz ihrem sehr verwöhnten Auge zukünftigen Behausung tauge. Welchen Gestein du für den Bau verwenden willst, ob Marmorquadern, schneeweiß mit feinen schwarzen Adern, ob Jaspis, ob auch Haddlersur, das stelle ich ganz in deiner Messen. Doch sollst du, dies bedinge ich nur, nicht deinen großen Saal vergessen, im oberen Stockwerk, der begrünt, von einer Kuppel an den Wänden, durch Gold und Silber sei verschönt. Auch soll, um hellstes Licht zu spenden, er vierundzwanzig Fenster zielen, die Rahmen sein aller Bastern, das Gitter sollst du mit Juwelen von unerreichbem Glanz bepflastern. An einem wohlverwarten Platz befinde ferner sich ein Schatz, gemützten Goldes aufgespeichert, der für meinen Lebtag mich bereichert. Auch will ich, dass man eine Flucht von Küchen trifft am rechten Orte, nebst Vorratskammern jeder Sorte und Stelle voll von edler Zucht. Im gleichen soll das Luftschluss innen bevölkert sein von einem Herr, von Dienern und von Dienerinnen. Das alles schafft mir nach Begehr und wenn du fertig bist, komm wieder. Als er dem Geiste dies gebot, sank abendlich die Sonne nieder. Am anderen Tag ums Morgenrot erschien der Geist in seinem Bette. Vollendet ist, was du bestellt, Schausprache, ob es dir gefällt. Er trug daraufhin dann die Städte, wie sehr war all das ihn verwundert, der Stand erbaut in einer Nacht, entschloss wie noch kein Halbjahrhundert, vom Menschenarbeit es vollbracht. Er glaubte wahrlich nur zu träumen, als ihn der Geist in allen Räumen herumgeleitete. Da war sein Auftrag Punkt für Punkt vollzogen, bei weitem Überholzogar, Gewölbe, Säulen, Pfeiler, Bogen, von höchster Schönheit, ein Gewimmel von dienstbeflissenen überall. An Silberkrippen in dem Stall der schönsten Rappen Füchse Schimmel, Mundverrat jeder Art nicht sparsam, in Küche und Kammern schon verfacht, der Schatz in sicherem Gewahrsam von einem Schließer treu bewacht, mit Gold gefüllte Riesensäcke, gehäuft, getürmt bis an die Decke. Nachdem sich Aladin das Ganze von Grund aus angesehen, zumal auch noch den großen Kuppelsaal, sprach er, geblendet von dem Glanze zum Geist. Ich musste Beifall zollen, befriedigt wurde musterhaft, von dir mein Wünschen und mein Wollen. Nun sei nur noch herbeigeschafft ein langer Teppich aus der Mast von feenhaften Farben Schimmer. Du sollst, befehle ich, vom Palast des Sultans, ihn bis an die Zimmer der Herren dieses Schlosses breiten. Ihn soll auf ihrer Wanderung ins neue Heime Fuß beschreiten. Der Geist entfernte sich im Schwung und ehe sich Aladin versah, lag der Damastene Teppich da. Der Geist kam wieder ohne Rast und trug nach Haus in Unverdrossen, geradeaus die Pförtner am Palast des Sultans wurden aufgeschlossen. Die Pförtner wunderten sich sehr, als drüben dicht vor ihren Nasen, wo gestern noch die Städte leer und nur bewachsen war mit Rasen, ein Wunderwerk hoch und her, sie ragen seien in die Lüfte. Die Nachricht schwirrte mit Gesumm, beflügelt im Palast herum. Der Hofstab machte höchst Verblüfte, Gesichter und der Großvisier lief, als eine Weile Stier, den rätselhaften Spuck beklotzt, zum Sultan hin und sprach entbrüstet. Wer sich mit einem Kunststück brüstet, das jeglicher Erfahrung trotzt, der steht im Bund mit Zauberei. Der Sultan gab zur Antwort, ei, man muss nicht gleich der Schlimmste denken. Was ist denn weiter auch dabei? Ein Mann, der so vermag zu schenken, denn drum mein fürstliches Vertrauen, akkord zu meiner Tochtergatten, der kann sich wohl den Spaß gestatten, entschlossener nachzubauen. Er gibt als reichster Mann der Welt uns nur ein augenfällig Zeichen, dass man mit sehr viel Barmgold so ziemlich alles kann erreichen. Der Bau dort stammt aus Gold in Quellen, und wenn du trachtest, ihn als Frucht von Zauberkünsten hinzustellen, so spricht es dir die Eifersucht. Zur Stunde, da sich die beiden besprachen, war in ihrem Haus, die Mutter allerdings darauf aus, mit jenem Staat sich zu begleiten, den die Sklavenen gespendet, und ließ, nachdem doch die einen walten, die Putzenbälde war vollendet, von ihnen sich die Schleppe halten, auf ihrem Wege zum Palast. Auch Aladin im Vaterhause zum allerletzten Mal zu Gast, brauch auf noch kurze Ruhepause. Die vielbewehrte Wunderlampe nahm er dabei wohl weislich mit, bestieg sein flinkes Pferd und ritt geradaus zu seiner Schlosses Rampe. Der feierliche Freudenklang von Trommeln, Pfeifen und Trompeten erscholl der Mutter zum Empfang. Von des Palastes Zinnen wehten im Winde fröhlich bunte Fahnen. Aus Schalen strömte Balsamduft. Der Hofstadt stand auf den Atlanten und schwenkte Tücher durch die Luft. Die Stadt ward neuerdings geschmückt, mit Laubwerk, Teppichen und Lichtern. Viel deutlicher ward in Gesichtern des Frohsinnstempels aufgedrückt, als beim gestörten Hochzeitsfeste von damals. Die verdutzte Schar des Volkes erblickte zwei Paläste, wo tags zuvor nur einer war. Zumal bestanden sie den Neuen, und laut bekannte Jedermann, er müsse in einen Vergleich nicht schauen, ja, steht im Alten weit voran. Inzwischen ward, weil sich der Freier ausdrücklich hatte vorbehalten, in seinem eigenen Schloss die Feier, der Hochzeitsglänzend zu gestalten, vom Sultan öffentlich erklärt, dass gültig nun zu Recht bestehe, Prinzessin Petrolbüteres Ehe, mit dem Gemahl der ihrer Wert, und dem sein Vaterherz gewogen. Auch wurde der Vertrag vollzogen, mit hergebrachter Förmlichkeit. Dann lehrten er einen Freudenbecher, die Mutter und der Fürst zu zweit. Er selber gab er das Geleit in der Prinzessin Wungi Mächer. Dort kamen ihrem reichen Schmuck und ihrer schönen Holbenprangen, die Brauten gegen ihr gegangen, mit einem warmen Händedruck und einem Kuss auf ihre Wangen. Sie nahmen bereit zur Überführung in ihres Ehegattenschloss vom Vater Abschied. Beiden floss, in Tränenstrom herab vor Rührung, und als der Sonne ihr letztes blinken, gewichen war dem Dämmerschein, da formte sich der Zug. Zur linken schritt ihr die Mutter, hinter dreien die Sklavenen und Zofen all, voran in Trupp von Musikanten mit schmetterndem Posaunenschall, zuletzt unzähliger Trapanten, Lakaien, Pfeifer, Paukenschläger und Knappen, die als Fackelträger dem Zuge Licht zu spenden hatten. So schwebte die Gebieterin auf dem damassten Teppich hin zum kerzenhellen Schloss des Garten, und all das heitere Volksgewimmel entsandte wir aus einem Mund Gebet und Segenswunsch zum Himmel für einen jungen Ehebund. Ende von Kapitel 10 Gelesen von Elli Mai 2012 Kapitel 11 Von Aladin und die Wunderlampe von Ludwig Fulda Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 11 Von seiner Dienerschaft umgeben stand Aladin am Eingangstor und führte mit beglückten Beben die Braut zum Kuppelsaal empor. Sie war beim ersten Anblick schon entzückt von ihm, da beim Vergleiche sie fand das Nimmelm der Sohn des Großvisiers des Wasserreiche. Und Aladin, auch wer beschreibe, was er im Innersten empfand, wie nun das Traumbild seiner Liebe holzählig leibhaft vor ihm stand. Er rief, du Herrlichste von allen, vor der das Tagesgestirn erbleicht, gesteh mir, ob ich nicht vielleicht verurteilt bin, dir zu missfallen. Mein Prinz, den dieser Name scheint, versetzte sie, dir zu gebühren. Mir hat mein Vater dich zu kühren, befohlen und mich dir vereint. Des Vaters Willen sich zu fügen, ist einer guten Tochter Pflicht, doch ich vollzog sie mit Vergnügen, denn wisse, du missfällst mir nicht. Mit dieser feinen Antwort scheuchte sie seiner Sorgen letzten Rest, und nun begann ein Zauberfest, das ihr verstandenswerter deuchte, als was daheim sie je geschaut. Die Tafeln überschönten Rosen von Diamanten rings betaut. Von einer gleichfalls grenzenlosen Verschwendung zeugten die Bokale, die Schüsseln Teller Gabeln Messer, sogar die Speisen waren besser, als je beim kaiserlichen Male. Zu flötenspiel und lauten Klang ertönte, reizend anzuhören, ein doppelstimmiger Gesang von allerliebsten Mädchenkörn. Nach Schluss des Mals erschien ein Schwamm von Tänzern und von Tänzerinnen, um einen Reigen zu beginnen. Der Schloss sei selbst mit seinen Arm, der Herrin, und voll Anmut schwangen nach einem alten Brauch des Lands, die neu vermählten sich im Tanz. Die Mitternacht war längst vergangen, dass sich im Schloss zur Ende neigte, die Lustbarkeit. Am Tag darauf, als schon des Sonnenballs Lauf sich nahe dem Mittagsgipfel zeigte, schritt Alate mit einem Herr von Dienern auf dem kurzen Pfad hinüber zum Palast und Bad, den Schwiegervater um die Ehre, sein Schloss in Augenschein zu nehmen. Gewiss, der Sultan mochte gern zu dieser Einkehr sich bequemen und ging begleitet von den Herrn des Hofes mit ihm dorthin zu Fuse. Das Schloss, obwohl er es nun schon oft von seinem Fenster aus mit Mose betrachtet, schien ihm unverhofft noch prächtiger, als er es nah und näher jetzt vor Augen sah. Im Inneren erst vermochte kaum, er seinen Zücken zu bemeistern, und gar der große Kuppelraum schien grenzenlos hin zu begeistern. Er sprach zum Großvisier, ein Wunder, wie dies habe ich nie gewahrt. Hingegen ist bei meinem Bad mein eigener Palast nur Blunder. Doch als er wieder heimgekehrt und manchen großen Eindruck reicher, da schlingelte der alte Schleicher von Großvisier sich unbegehrt an ihn heran mit dem Vermerk. Wer könnte diesen Bau betrachten, erhabener ohne ein Werk der Zauberkunst ihn zu erachten? Der Sultan drauf mit strengem Blick, das hochzeitliche Missgeschick, das deinem Sohn so schlecht bekam, kannst du immer noch nicht verschmerzen, bist Aladin deswegen kam und suchst ihn grundlos anzuschwärzen. So scheiterte die Lästerung kläglich, der Fürst begab, sobald er wach, vielmehr von jetzt ab sich tagtäglich, gleich in sein Lieblingswohngemach, wo freien Ausblick er genoss, auf seinen Schwiegersohn schloss, und ward nicht müde vom Fenster aus, ganz in Verwunderung vergraben, und form und schmuckte stolz zum Baus, das Auge stundenlang zu laben. Wer aber dächte, dass nunmehr sich Aladin daheim verschlossen und ferngehalten vom Verkehr, der hätte gänzlich fehl geschossen. Im Gegenteil, er war beständig, lustwandend in der Strecke sehen, ging zum Gebet in die Moscheen, tat manchen Einkauf enghändig, war bei den Hohen Edelleuten oft zu Besuch, und jedes Mal, wenn er mit einer großen Zahl betrester Diener Ausritt streuten, sie goldumher aus vollen Händen. An seine Schlosses Pforten kam, kein Bettelmann, der nicht mit Spenden vollaufbeladen Abschied nahm. Auch wenn er, um der Jagd zu pflegen, ins Feld hinaus stob ungehemmt, hat jedes Dorf auf seinen Wegen von einem Geldstrom überschwemmt. Kein Wunder war's, wenn der Gestalt in der berühmten Rosenwolke das Haupt umspann, und wenn er bald vergöttert ward vom ganzen Volke. Er aber wurde drum nicht eitel, nein, zeigte dem bedrohten Staat, sich von der Zehe bis zum Scheitel, als echten Helden durch die Tat. Des Reiches gesamte Grenze stand in eines Aufreiß hellen Brand. Der Feldherrn konnte keiner ihn dämpfen, bis Aladin dem Ruf der Not, gehorchend, mannhaft sicher bot, auf eigene Fausten zu bekämpfen. Vom Herrschern des Heeres Spitze berufen zog er in das Feld, nicht achtend Müsselfrost und Hitze. Bald war von ihm der Feind umstellt, und wurde, wie beim Hasenjagen, trotz all seiner Übermacht, in einer einzigen großen Schlacht, zerstreutend in die Flucht geschlagen. Dann führte seine tapferen Krieger er heimwärts in Triumph, das Haupt von einem Ruhmelskranz umlaubt, und hieß nun Aladin der Sieger. In Städtenfluss allmählich reite, sich Tag an Tag und Jahr an Jahr, er aber war des kaum gewahr an seiner schönen Gattin Seite, geliebt und liebend hochgeachtet, und doch von schlicht bescheidenem Sinn, die Bose, die von Urbeginn das Gute zu vernichten trachtet, sollte aber nach der Gnadenfrist auch ihn mit hartem Streiche treffen. Der Zauberer, der in Schnöder list, ihn einst sich ausgesucht als Neffen, dann heimgewandert und seit Jahren in Afrika nun wieder saß, wollte eines Tages rein zum Spaß genaueres davon erfahren, wie Aladin zugrund gegangen. Denn daß der Bursch aus jener Gruft nie mehr nachdem er dringefangen, zurückgekehrt zu Licht und Luft, war nicht im mindesten ihm fraglich. Die Frage, die er noch gespart, galt einzig seiner Todesart. Er setzte sich doch unbehaglich an einen Tisch, worauf mit Sand gefüllt ein Viereichs sich befand, in Schachtelform nahm einen Stift und zog damit nach zauberer Weise im Sande Linien und Kreise, nebst Letternäher fremden Schrift, berechnet murmelnd unverständlich. Nach Grundsatzregel und Gebot geheimer Schwarzkunst brachte endlich heraus, dass Aladin nicht tot. Nein, daß er aus der Gruft entsprungen, zum Glanzentrum sich aufgeschwungen und obendrein als der Gemahl der Sultanstochter herrlich lebe. Ha, war das zyklische Gewebe zerfetzt. Er wurde leichenfall, krebsrot und wie der Kreideblass und dann vermissgungsgelb und gelber. Wie rief er aus in Wut und Hass. Der Schatz, dem Mühsam für mich selber, ich ausgespürt mit saurem Schweiß, in zehn jahrelangen Fleiß, der Lampe hohe Wunderkraft, warb mir zu meines Forschens lohne von einem niedrigen Schneidersohne von einem Tagetieb entraft. Er, den Vermoder dich gewähnt, darf zu schwelgen sich erfrechen, in Reichtum, den er mir entlehnt. Doch nur Geduld, ich will mich rächen. Er warf somit am selben Tag aufs Pferd sich ohne viel besinnen und galoppierte straks von hinnen zum Reich, das fern im Osten lag. Ende von Kapitel 11 Gelesen von Elli, Juni 2012 Kapitel 12 von Aladdin, die Wunderlampe von Ludwig Fulda Diese LibroVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 12 Nachdem er auf der langen Reise sich und sein Pferd halb tot gehetzt, sich nur in kurzem Schlaf geletzt, sich nur genährt mit knapper Speise, mit Kar und Trank erfrisch gelangte, der Zauberer in des Sultans Reich, und bald vor seinen Augen prangte, die Hauptstadt, wo sein Schurkenstreich ihm damals glücklich war, misslungen. In einem kleinen Gastsau stieg er ab, um seinen Rache krieg, zu fördern durch Erkundigungen. Das Wichtigste war dem natürlich enthüllt, bevor ein Tag verfloss, denn alle Welt sprach unwillkürlich von Aladdin und seinem Schloss. Er ließ zu dem berühmten Bau von seinem Wirt sich hingeleiten, und als er ihn von allen Seiten beschnürfelt hatte ganz genau, da wußte er, dass dem Aladdin zu einem Werk von solcher Größe nur jene Lampe Kraft verliehen. Er gab sich selber Rippenstöße, vor Ärger, weil das Meisterstück und völlig erst am Essen lehrte, was ihm entgangen war, und kehrte zu seinem Gastsau dann zurück. Wo mochte wohl die Lampe stecken? Wenn ihr ein Aufbewahrungsplatz er fähig wäre zu entdecken, dann könnte den ersehnten Schatz von ihm erlisten, Raub um Raub und von der angemaßten Zinne zurück ins Schmettern in den Staub. Er nahm behend wie eine Spinne, die Rastuswild in ihrem Netze. Das Zauber fiel ich wieder vor, und durch die magischen Gesetze, die mit Kritzler beschwor und kniffliger Berechnungsart, ward bald und viel bei ihm verraten. Der Lampe war im Schloss verwahrt. Der Zufall der verruchten Taten, oft beisteht, war auch ihm gewogen. Willkommen traf die Nachricht ihn, dass vor drei Tagen Aladdin auf eine große Jagd gezogen und fern sei bis zum Wochenschluss. Er trat in eines Klempners Laden und sagte, Freund, es soll dein Schaden nicht sein, wenn du mir dienst. Ich muss zwölf Lampen haben, nagelneu, vom blanken Kupfer. Meiner treu erwiderte mit breitem Lachen der Klempner, denn er war erfreut, solch glänzendes Geschäft zu machen. Gleich zwölf, so viele habe ich heute, zwar nicht auf Lager, doch bis morgen werde ich die Fehlenden besorgen. Mit einem Korb im Arme kam der Zauberer wieder tags darauf, verpackte drin den ganzen Kram, gab für den abgeschlossenen Kauf weit höheren Preis als nach Verpflichtung, bewegte dann sich in der Richtung des Schlosses langsam durch die Stadt und zwang das Volk dem Ruf zu lauschen, Hört, hört, wer alte Lampen hat, kann sie hier gegen neue tauschen. Die Leute dachten allgemein, der Mensch da hat wohl einen Spahn, die Kinder hielten ihn zum Nahen und liefen gröhlend hinter drein. Ihn aber konnte es nicht beirren, er ließ im Korb die Lampen klirren und wiederholte hundertmal aus Leibeskräften sein Gegrähe bis hin durch Schlosses nächster Nähe. In ihrem großen Kuppelsaal saß Petrolbudur, das Gehöhne der Kinder und die schrillen Töne des Rufers drangen auch zu ihr und einer Sklaven aufzutragen gebot er drum die Wissbegier, sie mögten untergehen und fragen, was dieser Wüste Lärm bedeute. Die Sklaven ging und lachte hell, da sie zurückkam. Der Gesell, der umringt von der Meute ist ohne Zweifel gänzlich toll. Sein Tragekorb ist von einem Haufen der schönsten neuen Lampen voll, aber er will sie nicht verkaufen, nein, will sie tauschen gegen Alte. Auch der Prinzessin Lacher schallte nun laut und klang im Echo nach, bis eine andere Sklaven sprach. Vergib mir, Herrin, doch ich finde, dass sich so alte Lampen dreht und gleiche neben auf dem Spinde zufällig eine solche steht. So könnte man, wenn's dir beliebt, erproben, ob der Kerl tatsächlich für diese da, die schon gebrechlich und seine Nagel neue gibt. Dem stimmte die Prinzessin zu, klang dir im Inneren keine Warnung, O Petrol-Budur, antest du nicht schmählichen Betrugsumgarnung. Die Wunderlampe warst dir dort und scheinbar stand seit ein paar Tagen, weil Aladin, der immer fort sie sonst mit sich herumgetragen, aus Furcht, sie könnte in Wald und Feld, verloren gehen, nicht auf die Jagd, sie mitgenommen. Wer nun fragt, warum auf Spinde sie gestellt, anstatt sie sorgsam einzuschließen, denn darf die Antwort nicht verdrießen, dass hin und wieder ein Versehen wohl jedem unterläuft im Leben und dass die allerklügsten eben den dümmsten viele oft begehen. Die Sklafin nahm die Lampe, trug zum Zauberhurtig sie hinunter, hielt sie ihm hin und sagte munter, wenn diese da dir alt genug, gebe er ein Neue mir zum Tausche. Zugreifend voll Begier verschlang er mit den Augen seinen Fang, in schlecht verhielten Freuden rausche, dann ließ er unter Skleid sie wandern, den Korb jedoch mit den zwölf anderen wieser der Sklafin vor zur Wahl. Sie wählte lächelnd und die Rotte begoss ihn mit vermehrtem Spotte. Doch er, geschmeidig wie ein Aal, ihn kam durch eine Seitengasse, ließ dort sobald in dieser Schilch geborgen vor der Masse, den angefüllten Korb im Stich und lief davon sein Gast ausmeidend. Was lag ihm noch an seinem Pferd? Was lag am anderen Geldeswert? Jetzt war nur eins für ihn entscheidend. Nachdem er eine halbe Meile vom Statter endlich Halt gemacht, beschloss er noch eine Weile, sich zu gedulden, bis die Nacht im Schutz vor Überrumpelung böte. Erst als im Westen sich verlor, der letzte Schein der Abendröte, zog er die Lampe sacht hervor und rieb sie. Was ist dein Begehr? So rief im nächsten Augenblicke der Geist an Länge breite Dicke, fünfmal so massig wie ein Bär. Die Lampe macht es mir zur Pflicht, dass ich gehorsam dich bediene. Der Zauberer sprach mit Siegermiene. Du sollst das Schloss, das jener Wicht, von dir sich hat erbauen lassen, mit seinen sämtlichen Insassen und mir zugleich als dann von der Erfurtragung durch das Äthers Wellen und an den Punkt in Afrika, wo ich daheim bin, niederstellen. Gehorsam seinem neuen Meister vollzog der Geist noch in der Nacht mit Hilfe seiner Nebengeiste den Auftrag. Zeitig aufgewacht begab der Sultan sich wie täglich zum Fenster, um in froher Schau zu mustern den erhabenen Bau. Sein Staunen aber war unsäglich, als er den leeren Platz erblickte, vom Schloss dagegen keine Spur. Er rieb die Augen sich und zwickte sich in den Arm, dies konnte nur, entweder Trugsen oder Traum. Doch welche Vorsicht er auch übte, die Sonne schinken welkend rübte, den Himmel bis zum fernsten Saum. Und zweifelhaft er träumte nicht. Mit steifem Stamm im Gesicht stand er und stand wie angewurzelt und murmelte. Das Schloss ist fort, so viel steht fest, wer sie eingepurzelt, so liegen doch die Trümmer dort. Der Kuckuck weiß, was hier geschehen. Zum Schluss wie stets in schweren Fällen ist er im Großvisier bestellen, er wünsche, schleunigst ihn zu sehen. Der Großvisier kam angerannt, der Sultan fasste seine Hand, zog ihn zum Fenster hin und fragte, voll Spannung, wirst du was gewahr, vom Schloss, das gestern hier noch ragte. Mich foppt so scheint's mein Augenpaar. Der Großvisier war höchst betroffen, jedoch er sammelte sich bald. Herr, sprach er, liegt nunmehr nicht offen, was mir schon längst für sicher galt, wenngleich du mir nicht beigepflichtet. Das Schloss, ich wiederhole es frei, so schnell verschwunden, wie er errichtet. Es war ein Werk der Zauberei. Der Sultan, der dem läster Wort nicht mehr zu widerstehen vermochte, hat Kirschenrot im Gesicht, erkochte, vor Zorn und Fluchte, Pest und Mord, in Gauner listiger und verlogen, hat an der Nase mich gezogen. Wo ist der Schurk, der das gewagt? Noch heute soll's im Blut verschäumen. Darauf jener, Herr, lass uns nur säumen, bis er zurück hat von der Jagd. Nichts da, das wäre zu viel Schonung in Gegend der Sultanwild. Vom Henker wäre dem die Belohnung, mit der man Hochverrat vergilt. Geh, schick ihm dreißig Reiter nach, die sollen unterwegs ihn greifen, verhaften und mit Schimpf und Schmach gefesselt vor mein Anglitz schleifen. Ende von Kapitel 12 Kapitel 13 von Aladin die Wunderlampe von Ludwig Fulda Diese Libro-Vox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 13 Auf seinem Rückweg nach der Stadt, begriffen, ahnungslos und heiter, traf Aladin die dreißig Reiter. Ihr Hauptmann grüßte höflich glatt, und er, von Heimweh schon beschwingt und in der Meinung jene wären, vorausgesandt zu seinen Ehren, sah sich mit einem Schlag umringt. Mit Zimt, mein Prinz, dich aufzuklären, begann der Hauptmann, doch ein Sprecher, der unheilmeldet, spricht nicht gern, und zwar vom Sultan unserem Herrn befohlen, dich als Staatsverbrecher in Haft zu nehmen und gefangen zu führen vor sein Angesicht. Sag nur, was hab ich denn begangen, rief Aladin mit heißen Wangen. Drauf jener, Prinz, das weiß ich nicht. Wohl an, da habt ihr mich, vollzieht, was eures Amtes, ich folge euch willig, ist's auch gewiss nicht recht und billig, was unverschuldet mir geschieht. Er ward vom Pferd geholtern Armen und Hals mit Ketten fest umschnürt und so zum Schrecken und Erbarmen des Volkes in die Stadt geführt. Der Liebling aller war in Not, man wusste nicht, aus welchem Grunde, sah nur ihn von Gefahr bedroht und wollte drum zum raschen Bunde, vereinigt ihm die Freiheit schaffen. Ein Teil ergriff metallene Waffen, ein anderer steine Knudlerstangen, den Reitern sperrend Weg und Raum, mit ihrem Häftling konnten kaum sie bis in den Palast gelangen. Der Sultan, der bereits ernan, erwartet hatte vom Altan, befahl dem Henker also gleich, den Schädlichen, der sein Vertrauen, getäuscht mit einem Streich, das Frevelhaupt herabzuhauen. Es ward ihm keine Frist verliehen, sich durch Verteidigung zu retten. Der Henker hieß, nachdem die Ketten ihm abgestreift ihn niederknien, band ihm so dann die Augen zu, erhob das Richterschwert wie befohlen, um auf des Herrschers Wink im Nu zum Streich gewaltig auszuholen. Da, was ist das, was trönt um Geld, was schwillt und wirbelt brandend brausend, vom Volke haben viele tausend im Aufruhr den Palast umstellt. Man reißt und rüttelt an den Mauern, man bricht das in den Stein um Stein, und lange kann es nicht mehr dauern, da stürzen sie zertrümmernd ein und alle Tore klaffen splittern. Woher bedenk, so wendet zitternd, zum Sultan sich der Großvisier, schau hin, wie meuterische Horden vollständig zügellos geworden, gleich einem grimmen Riesentier sich gegen deine Mauern türmen. Der Mensch hat auch den Volk behext, und wenn du diesen Spruch vollstreckst, dann wird es den Palast erstürmen. Der Sultan fuhr erschreckt zusammen, er merkte wohl, dass durch den Tod Prinz Allerdienst das Reich in Flammen auflodern würde, drum gebot, bei dem verblüfften Henker knapp, vom Streiche das Leben ihm zu lassen. Der nahm die Binde von ihm ab, und den erregten Menschenmassen ward mit Trompetenstoß verkündigt, der Sultan habe kurz und gut, wie sehr auch Aladin gesündigt, ihn zu begnadigen geruht. Dies Wort voll Beifallslärm und Tönt, Goss Öl in die Erzünden wogen, die sämtlichen Empörer zogen nach Haus beschwichtigt und versöhnt. Doch Aladin, als er befreit, sich sah, hob zum Altan die Hände, Herr, bat er flehendlich, vollende die Gnade, die du mir geweiht, und sage mir, durch welch Verbrechen verdient ich solchen Strafgericht. Ey, willst du dich noch gar frechen, zu tun, als wüsstest du das nicht? Komm, rief der Sultan, komm hierher, dein stolzer Schloss vor Magis liegen, zeig's mir, nicht finden kann ich's mehr. Als Aladin emporgestiegen, ließ er ihn durchs Fenster blicken und fragte Barsch, was siehst du da? Der Ärmste glaubte zu ersticken, als er die leere Stelle sah. Versteinert, reglos blieb erstehen, war nicht imstande, sich zu sammeln, geschweige denn, in Wort zu stammeln. Nun sprich, kannst du dein Schloss erspähen, so forsch dir jener streng und hart, bekenne, wo es hingekommen und was aus meiner Tochter ward. Mein Fürst sprach Aladin beglommen, obgleich ich selbst nicht ahnen kann, was mittlerweile sich hier begeben, so schwör ich dir bei meinem Leben, ich habe keinen Teil daran. Der Sultan schrie, du Strolch mitnichten, entschuldigst du den Bubenstück. Gern will ich auf das Schloss verzichten, jedoch mein Kind geht mir zurück, sonst lass ich meinem Wort zum Trotz dir deinen Kopf herunterschlagen, als wär der ein Tannenglotz. Herr, eine Frist von vierzig Tagen, gewähre mir Bad Aladin. Ich werde, solltest mir misslingen, verloren es wieder zu erringen, mich meiner Strafe nicht entziehen. Der Sultan sagte, wohl, so sei's, ich will dir diese Frist vergönnen, du würdest doch in keinen Preis dem reichen Arm drinnen können. Bekümmert mit gesenkten Haupt schlich Aladin wie ausgestoßen, von dannen und dieselben Großen an deren Freundschaft ergeglaubt, die gestern noch ihm auf den Fuß gefolgt, um sich vor ihm zu bücken, vermieden heute seinen Gruß und kehrten lieblos ihm den Rücken. Was konnte er tun, wohin sich wenden? Er lief im Kopf wie wieder und graus umher, die Stadt von Haus zu Haus, von Tür zu Tür nach allen Enden, doch wandernd ohne zu verstehen, in welcher Absicht fragte er jeden mit abgerissen ihren Reden, ob irgendwer es im Schloss gesehen. Gar manche wurden übermannt vom Mitleid, andere wieder lachten ihn aus, vermutlich, weil sie dachten, er sei nicht richtig bei Verstand. Nachdem er so mit müdem Blick drei Tage lang herumgeschlendert, wollte er in der Stadt, wo sein Geschick sich so bejammernd zweck geändert, er nicht mehr weilen, sondern trollte, sich ohne Plan hinaus aufs Feld. Unendlich lag vor ihm die Welt, nun wusste er nicht, wohin er sollte. Wie mir, ich war zu Bettelarm, dass ich mein Trauerklos verfluche, so rief er aus im Bittram Harm. Wenn ich den Erdgras auch durchsuche, behall ich pilgernd Jahr um Jahr, wo finde ich die Geliebte wieder, weil besser, dass die Augenlider, der Tod mir schließt auf immer da. Er näherte sich einem Fluß und wollte, um seine Qual zu kürzen, sich mit verzweifelten Entschluß kopfüber in die Fluten stürzen. Es war am Sonnenuntergang, der Feuerball mit letzten Blinken schien ihm den Abschiedskuß zu winken, ein Ruck, ein Anlauf und er sprang. Das Ufer war an dieser Stelle besonders steil und sein Rand umschloss ein kalles Felsenband in rauh zur glüfteten Gefälle, so daß der lebensmütige Springer an einem Felsenstücke hängen blieb und jener Ring, den er am Finger noch immer trug, darin sich rieb. Das war sein Glück, denn alsobald, wie aus dem Wassertunst verdichtet, stand mächtig vor ihm aufgerichtet, desselben Geist der Schreck gestallt, der einst ihm in der Gruft erschienen und rief »Ich bin des Ringes Knecht, mir zu gebieten ist dein Recht, sag an, womit kann ich dir dienen?« »Dorauf, Aladin, o Geister, rette zum zweiten Male mich vom Tod und bring, bevor der Morgen lot, mein Schloss zurück zur alten Städte.« Der Geist versetzte, dies Gebot verträgt sich nicht mit meinem Walten, ich diene nur dem Ring, du musst dich an den Geisterland behalten. »Nun wohl, jedoch wenn dir bewusst, was sich zur Zeit im Schloss befindet, sprach Aladin, »befehle ich dir, Kraft dieses Ringes, der dich bindet, befördere mich sogleich von hier grad aus zu seinem neuen Platz.« Kaum ausgesprochen war der Satz, der Trug beflügelt in der Riese nach Afrika zu jenem Ort, wo nun inmitten einer Wiese das Bauwerk stand und setzte dort in sämtlich nieder auf das Gras. Zwar blieb es Aladin verborgen, dass er im inneren Afrikas gelandet war, doch er genas von allen Matern allen Sorgen, als er den wohlbekannten Bau trotz dunkler Nacht im Sternenschimmer gewahrte. Ja, sogar die Zimmer dicht vor sich sah, die seiner Frau zur Wohnung dienten, und sie schlief wahrscheinlich dort schon fest und tief. Um Lärm und Aufsinn zu vermeiden, hielt er gewaltsam sich zurück, wie schwer es auch war, so nah dem Glück, bis morgen früh sich zu bescheiden. Er streckte von der langen Pein, ermattet unter einer Palme sich aus zum Schlummer, und die Halme des Grases wiegten mild ihn ein. Ende von Kapitel 13 gelesen von Elli Juli 2012 Kapitel 14 von Aladdin Die Wunderlampe von Ludwig Fulda Diese Librovox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 14 Erweckt von süßen Vogelliedern, hob er sich mit gestellten Gliedern vom Lager zeitig, und gelenkt von Sehnsucht viel zu seiner Freude, sein erster Blick auf das Gebäude, das ihm erschien, wie neu geschenkt. Auch die Prinzessin, die vor Kummer und tausend Ängsten Nacht für Nacht in all der Zeit nur wenig Schlummer gefunden hatte, war er wacht. Wer aber schildert ihre Wonne, da vor dem Fenster sich im Strahl der eben aufgegangenen Sonne leibhaftig vorfand ihr Gemahl. Erst wechselten sie hundertfach kusende Grüße Flüsterworte, dann schlicht auch eine kleine Pforte vor Stuhlen er in ihr Gemach. Versteht sich, dass die Neuvereinten sich herzten, sich im Überschwang umschlungen hielten endlos lang, und heiße Freuden Tränen weinten, in ihres Wiedersehens Rausch. Zuletztendessen unterbrach der Zärtlichkeit den Holdentausch, bedeutsam Aladin und sprach, Vergib mir, mein geliebtes Weib, ich muss, eweinander klagen, was wir erlebt in diesen Tagen, vor allem dich nach dem Verbleib der unscheinbaren Lampe fragen, die, während ich zur Jagd gezogen, im Saale stand auf einem Spind. Ach, seufzte sie, sei nur geliehnt, ich selber wurde ja betrogen, längst ahnt mir, dass uns ihretwegen, ereilte dieser Schicksalsschlag. Drauf Aladin, dass sie zu hegen, ich töricht unterlassen, lag die Schuld an mir, doch jetzt erwägen, wer besser was den Schaden hält, drum sag mir, wo sie hingeraten. Sobald sie diese mitgeteilt, rief er, ich rieche nun den Braten, den Händler kenn ich, dieser Schuft, schon einmal wollte mich vernichten. Sie fuhr dann fort, ihm zu berichten, wie nachts unmerklich durch die Luft entführt, sie morgens beim Erwachen, sich hier in diesem fremden Land befunden, Afrika genannt, und wie der Kerl mit frechem Lachen sich ihr als Schlossherrn vorgestellt. Drauf Aladin mit Zornesfunken im Auge solchen Erzerlunken, hat nie zuvor gesehen die Welt. Sprich, hast du nicht vielleicht erfahren, wo er die Lampe hält, versteckt? Sie gab zur Antwort, wohl gewahn, konnte ich das unterm Kleid verdeckt, er sie beständig bei sich trägt. Denn seit ich hier bin, komm der täglich, zu längerem Besuch und legt es darauf ab, mich unerträglich mit ekeler Hündigung zu quillen. Ja, mehr noch, er verlangte dreist, ich solle zum Gemahlin wählen, weil du nicht mehr am Leben seist. Mein Vater habe dir im Zorn den Kopf herunterschlagen lassen. Dies Lied begann er stets von vorn, obwohl ich glühend ihn zu hassen beteuerte. Der Eitler war'n erfüllten, dass ich auf die Dauer nicht widerstehe, wenn die Trauer um dich allmählich abgetan. So habe ich stets vor seiner List und seiner Schlechtigkeit gezittert, bis heute, wo du bei mir bist. Im Soll rief Aladin erbittert, was anderes blühen als er meint, sei nur getrost, von diesem bösen, ruchlosen, ränkevollen Feind werde ich uns hoffentlich erlösen. Was auch geschieht, mit Zuversicht, vertraue mir bis zur Entscheidung und siehst du später in Verkleidung mich wiederkehren, staune nicht. Sobald er seine Schlossesmauern verlassen, ging er querfeldein und traf in einem Palmenhain nach kurzer Wanderung einen Bauern. Er fragte diesen nach dem Wege zur nächsten Stadt und ob sein Kleid mit ihm zu wechseln er bereit. Der Bauer war durchaus nicht träge, für dieses fremden reiche Tracht, sein schäbig Zeug daran zu setzen, und Aladin, nachdem er sagt, geschlüpft hinein, und fragte in einem Krämerladen, ob ein gewisses Pulverlein zu haben sei. Der Krämer nickte, betonte nur, weil das Gepflickte, gewandt des Käufers ein Beweis, der Armut schien den hohen Preis. Doch als der Fremde nicht verlegen, ein Goldstück aus dem Beutel zog, brachte das Pulver ihm und wog ein Lod ihm ab. Auf gleichen Wegen kam Aladin ins Schloss zurück und sprach zu seiner Gattin, Hörre, notwendig für mein Waagestück ist mir dein Beistand, ich beschwöre dich drum, befolge meinen Rat, wirf dich in deinen schönsten Start, schmück mit geschmeidet dich und Spangen, um deinen Führer wenn er naht, mit wärmsten Größen zu empfangen. Damit kein Akonin beirrt, stell dich, als ob du mich vergessen, wenn's dir auch noch so sauer wird, und lad ihn ein zum Abendessen. Sobald er dann mit dir in frecher Behaglichkeit bei Tische sitzt, lass ihn kredenzen einen Becher, gefüllt mit Wein, in dem verschmitzt, vorher dies Pulver du gestreut, und bitte ihn höflich, dir zu ehren, in einem Zug ihn auszulehren. Von dieser Bitte hoch erfreut, wird er den Wein hinunter trinken und leblos auf den Boden sinken, bevor er noch den Trunk bereut. Wenn diese Spiele auch recht verfänglich ihr vorkommen, so versprach sie fest, sie werde tun, was unumgänglich. Er bag sich für das Tagesrest in einem abgelegenen Flügel des Schlosses. Als die fernen Hügel, die Dämmerung mit ihrem grauen Gewebe langsam überspann, rief Betulbudur die Frauen, mit deren Beistand sie begann, aufs Wunderbarste sich zu schmücken. Voll Sorgfalt war dein herrlich Kleid ihr angelegt und zum Entzücken, verzehrt mit flimmerndem Geschmeid. Ihr Gürtel, ihre Spangen waren, gleich wie der Reifen ihrem Haar, mit Diamanten dicht besetzt, und um den Hals die Perlenkette, welch noch so große Fürstin hätte sich glücklich nicht mit ihr geschätzt. Sie sah, nachdem der Putz vollendet, ihr Bild in einem Spiegel an und dachte sich, wo lebt der Mann, der nicht von so viel Reiz geblendet, vor mir die Waffen müsste strecken. Sie stieg herauf zum Kuppelsaal empor, worin schon für das Mal ein Tischlein stand mit Zweigedecken. Sie hatte noch nicht lang geharrt, als pünktlich zur gewohnten Stunde der Zauberer eintrat, und der Staat von so viel reichem Schmuck im Bunde mit so viel Schönheit stehen blieb. Sie schritt tollzählig ihm entgegen, als wäre sein Besuch erlieb, und tat, als ob nur seinetwegen sie so verlockend sich und prächtig gekleidet. Zögernd nahm er Platz, noch immer keines Wortes mächtig. »Freund, sollte dich der Gegensatz in meiner Stimmung Wunder nehmen«, begann sie lächelnd. »So vernimm, ich mag mich jetzt nicht länger grämen, denn das doch meines Vaters grämen, mein Gatte sei ein Tod gefunden, davon hast du mich überzeugt. Gesetzt auch, dass ich tief gebeugt, mit unheilbaren Herzenswunden, wie Klaren wollte um ihn beständig, er würde doch nicht mehr lebendig. Ich gönne ihm seine Grabesrast, und weil sich meine Fesseln lösten, bin ich entschlossen, mich zu trösten, und lade dich bei mir zu Gast.« Der Zauberer bildete frohlockend, sich ein, gewonnen sei das Spiel, saß sich im Geiste schon am Ziel, des künsten Wunsches, dankte stockend, und setzte sich mit ihr zu Tisch. Und wie dort sie ihm verführerisch und ihre Blicke sich erhoben, da schien es ihm und zweifelhaft, sie habe sich in ihn vergafft, und wollte sich mit ihm verloben. Ein üppig Mal ward aufgetragen, und eine Sklavin reichte Wein, selbst schenkte die Prinzessin ein, goss unbemerkt ohne Zagen, das Pulver in des Gastes Becher, und sprach, »Willst du mir frohen Mut bereiten, denn als wackerer Zecher trink auf mein Wohl dies Rebenblut.« »Ja, du geliebte du verehrte, dies auf den Wohl in unserem Bund«, so rief er hoch beglückt und lehrte den Becher aus bis auf den Grund. Nach einem letzten kurzen Schnaufen fiel er bewusstlos rücklings hin. Geholt von einer Dienerin kam Aladin herbeigelaufen. Als Petrolbuto ihn umschlang, sprach er, »Begib dich auf dein Zimmer, denn mancherlei bleibt mir noch immer zu tun, obwohl dir dies gelang.« Nachdem sie sich entfernt verlor, er keine Zeit, er riß der Leiche das Kleid auf, zog die Wunderreiche, geraubte Lampe draus hervor, ließ das entzielte Jammerbild fortschaffen von zwei starken Knechten hinaus ins nächtige Gefild, damit die Geier sein Gedächten, wenn sie es gelüstete nach Speise, berief dann in gewohnter Weise den Geist und sagte, »Bring sofort, mein Schloß an seine alte Stelle.« Noch nicht vollendet war das Wort, als schon der Geist in Windeseile mit fast zu merklichem Vollzug das Bauwerk durch die Lüfte trug. Ende von Kapitel 14 Kapitel 15 von »Ale diente Wunderlampe« von Ludwig Fulda. Diese Librovox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 15 Der Sultan, der bis jetzt unendlich um seine Tochter sich gekrämt, war vor Verwunderung wie gelähmt, als morgens breit und gegenständlich zurückgekehrt zum alten Platz das Schloss zu ihm herübergrößte. Der Anblick bot ihm für verbüßte Betrübnis reichlichen Ersatz. Er ließ ein Pferd sich sattelnd rappte, zum Schloss verfügte sich geschwind zu seinem langen tibärten Kind und ihre Zärtlichkeit erlaubte sein Vaterherz. Dann wollte er wissen, welche unglückselige Verkettung sie damals plötzlich ihm entrissen und welchem Umstand ihre Rettung zu danken sei. Mit knappen Strichen erzählte sie vom fürchterlichen Schwarzkünstler, der durch Zaubermacht sie mit dem Schloss entführt bei Nacht. Wie von dem Schändlichen bedrückt sie schon geglaubt ihm zu erliegen, bis er im Garten es geglückt ließ gegen List ihm ob zu siegen. Ihr Vater war damit zufrieden und als nunmehr auch Aladin ins Zimmer kam, da zog er ihn an seine Brust und sprach, Hiniden ist man dem Irrtum ausgesetzt, vergib mir, wenn aus Übereilung mein Sohn ich blindingst dich verletzt. Du brachtest mir ein Schmerzenheilung, indem du mir mein Kind befreit und sie behütet hast vor Schande. Dies danke ich dir für alle Zeit. Gefeiert war dem ganzen Lande die Wiederkehr des jungen Paars. Ihr Glück verdüstete kein Schatten, doch nicht die letzte Prüfung war's, die beide zu bestehen hatten. Der Zauberer nämlich, der ein Leben von großer Zähigkeit besaß, war durch das Pulver aus dem Fraß der Geiermann im Übergeben in Wahrheit nur betäubt gewesen, von seinem Scheintod aufgewacht, am nächsten Tag und bald genesen. Er schwor von Racheglut entfacht und vollgepfropft mit Giftung Er wolle vor Vergeltungseifer nicht rasten, und nicht rosten, und drum begann zum dritten Mal, erschleunigst über Berg und Tal, die Reise nach dem fernen Osten. Nach einem ganzen Wanderjahr, voll Mühe, Drangsal, und Gefahr, kaum in der Hauptstadt angekommen, war er nach einem neuen Kniff, Umschau zu halten im Begriff. Er hörte dort von einer frommen, betagten Wundertäterin erzählen, die Fatme hieß, und sich mit schlicht erhabnem Sinn, der stillen Andacht überließ in einer abgeschiedenen Klause, doch Gassen, die man ihm beschrieb, schlicht zu ihrem kleinen Hause, bei dunkler Nachtzeit wie ein Tieb, trank in ihr einem Lichtzimmer weckte, mit rumschüttelnden Erschreckte, hielt er ein Dolchfeuer und sprach, du sollst in Ziel zugleich ablassen, kommst du nicht meiner Vorschrift nach, sie mußt ihm ihre Kleider lassen, so wie den Schleier und die Haube, nebst dem geweihten Rosenkranz, obwohl dem Räuber sie sich ganz willfährig zeigte, ja zum Raube, hilfreich sogar die Hand im Boot, stach er sie vorsichtsalber tot, so dann vor dem Spiegel schor, dem bat sich weg der Halsabschneider, warf sich in seines Opfers Kleider, und als die Sonne stieg empor, trat verschleiert auf die Gasse, der eine sprach zum anderen, schau, dort geht einher die fromme Frau, und eine große Menschenmasse umgab ihn ringsvoll Dankgefühl und folgte segenswünsche hegend ihm nach bis des Schlosses Gegend, als die Prinzessin das Gewühl vom Kuppelsaal herunterlugend, wahrnahm und obendrein erfuhr, dass all das bunte Volk der Spur Fatimens folgte, deren Tugend und Heiligkeit ihr längst bekannt, als der Verehrung gegenstand, als das Vorbild frommer Sitten, da dachte sie, dass ihr gezieme, die Frau zu sich heraufzubitten. Zu der vermeintlichen Fatime kam eine Bote in sie zu holen, der Zauberer nicht an seinem Sieg mehr zweifelnd schmunzelte verstohlen, als er mit ihr den Saal erstieg, und fing, nachdem er ihn betreten, mit solcher Inbrunst anzubieten, dass die Prinzessin sich verneigte, voll Ehrerbietung, da der Schlimme sie ansprach mit verstellter Stimme, so wie hinter vielen Schleiern zeigte, sein glattgeschorenes Gesicht, erkannte ihn Betrullbruder nicht, und sprach, lass mich die Gunst begehren, Fatime, dass du dauernd weilst an unserem Herd, und gute Lernen zum frommen Wandeln mir erteilst. Der abgefemmte Tückebold erklärte gern sich einverstanden, das war es ja, was er gewollt. Ein stilles Zimmer ist vorhanden, im Schloss vor die Prinzessin fort, mit ihrer glaubigen Betonung, und deiner Andacht wirst du dort obliegen können ohne Störung, erst aber mögest du mir ehrlich gestehen, wie dir das Schloss gefällt. Der Zauberer gab zur Antwort, schwerlich, ist seinesgleichen auf der Welt, und dennoch trotz der Raumverschwendung und dem Geschmack der Farbenwahl bedrückt mich, dass in diesem Saal noch etwas mangelt zur Vollendung. Was ist es? Scheinbar auf ihr Drängen erwiderte der Schuft, verzeih, von dieser Kuppel müsse ein Ei des Vogels Rocher runterhängen. Sie fragte, wo man das wohl fände, der Zauberer drauf, gewaltig groß, ist dieser Roch und niste bloß auf spitzen schroffer Bergeswände. Sie dankte für den Rat und führte die falsche Heilige, noch immer nichtsahnend selber auf ihr Zimmer. Zum Saal zurückgekehrt verspürte nun die Prinzessin Ander Angel des Zauberers haftend jenem Mangel, den nie zuvor sie wahrgenommen. Als Aladin von einem Ritt heimkommend ihr entgegenschritt, war sie so verwunderlich beklommen, dass er sie fragte nach dem Grund. Sie mußte ihm ihr Gelüst enthüllen und er, sobald ihr Wunsch ihm kund, gab es ein Wort ihm zu erfüllen. Er ging alsbald in sein Gemach und rieb der Lampe die verschlossen. Jetzt stand in einem sicheren Fach. Nachdem der Geist emporgeschossen, sprach er, dich wiederum zu sputen, befehle ich dir, es fehlt uns noch im Saal das Ei des Vogels Roch. Verschaff mir's binnen drei Minuten. Kaum war das Wort entflohender Fing, der Geist zu furchtbaren zu dröhnen, zu schreien, zu wimmern und zu stöhnen, das Hörn ihm und Sehen verging und zitternd er zu Boden sank. Elender, brüllte Micky Polter, der Riese, spannst du mich zum Dank für meinen Frondienst auf die Folter. Befehle, ich soll auf meinen schwingen, als Deckenschmuck für seinen Saal, dir meinen eigenen Vater bringen. Sei froh, wenn nicht mein Donnerstrahl, dich und den Schloss zur Asche wandelt. Ich weiß, zu deinem Glück du hast nicht aus dir selbst so gehandelt. Dein Todfeind war dir zu Gast, er ward nicht von dir umgebracht. Nein, kam ins Land, um sich zu rächen, ergatterte durch ein Verbrechen, der heiligen Fatime Tracht, und deine Frau von ihm umgarnt, trieb zu dem schändlichen Befehle dich arglos an. Drum sei gewarnt, er will der Mäulchling an die Kehle. Sprach's und verschwand, sofort verfügte, sich Aladin zurück zum Saal, wo seine Gattin sich vergnügte, mit einem Beispiel und Befall, man mög' ihm gleich Fatime holen. Sein wie gegrüßt, rief Aladin, als der vermummte Feind erschien, denn warm hat man dich mir empfohlen, gib Frau, mein Frau, mir deinen Segen, der Zauberer kam ihm sacht entgegen. Und als er bemerkte, wie der Strolch, ein Messer unter seinem Kleide, heimlich herauszuhar aus der Scheide, schnell griff er seinen eigenen Dolch um Borte dessen scharfes Erz und um Schurken mitten in das Herz. Von seinem Blute ward im Saal der Boden ringsumher gerötet. »Wie, was begingst du, mein Gemahl, du hast die Heilige getötet,« schrie Petrol-Budur sich verfärbend. Er aber sprach voll Seelenruh, »Nein, liebe Gattin, komm herzu, hätt' ich gesäumt, so lege sterbend ich selber hier, denn dieser Tote bekam den Lohn, der ihm gebührt. Erkenn ihn, der dich einst entführt und jetzt mit Meuchelmord mir drohte. So hatte glücklich unser Held sich das Verfolgus nun entledigt, der ihm beharrlich nachgestellt und ward vom Schicksalreich entschädigt. Für allen ausgestandenen Harm in der geliebten Tochter Arm entschlief im hohen Kreisenalter der Sultan und sein Schwiegersohn mit seiner Frau Stiegel als Verwalter des weiten Reiches auf den Thron. Sie herrschen als beglückte Leute, umringt von Kind und Kindeskind, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie gewiss noch heute. Ende von Kapitel 15 Ende von Alladin Die Wunderlampe von Ludwig Fulda Gelesen von Elie August 2012 und 12 und 12